Lass sie pennen. Ich schaff das auch allein. Nächste Woche muss er ja sowieso ran, aber dann sind ja die anderen auch da. Ich denke mal, dann werden Beth und Marek und so, die sind ja dann, Stefan etc. werden ja dann auch, denke ich mal, auf dem Server sein. Und nicht alle gleichzeitig in meinem Discord, das könnt ihr vergessen. Da gibt es dann einen Serverraum, da können sie gerne alle sich tummeln. Ich bleibe in meinem Stream Channel, das wird so zu viel. Da kriegt ja keiner meinen Ton mit. Wenn da zehn Leute gleichzeitig quaken. Bei dir im Discord nur mit Einladung, genau. Quack. Wie, du auch? Keine Ahnung, willst du dann auch mitspielen? Nächsten Freitag meinen wir den neuen Seven Days Server ein. Ja, das Laden dauert ein bisschen länger bei den Mods. Das ist leider so. Ist bei den anderen aber auch. Ja, ich denke Freitag nicht vor 18 Uhr, Stefan. Ich denke mal Freitag, 18 Uhr. Das Spiel habe ich leider nicht. Das steht noch auf der unbedingten Mal-Spielen-Liste. Ja, siehste, hast noch bis Freitag Zeit. Keiner so. Freitag ist Server online. Du weißt ja, wenn ich jetzt, wann dann? Alter, wir hauen heute mit Schlagern um uns. Ich kann unter Druck nicht arbeiten. Ja, ja, der Künstler wieder, ne? Immer diese Künstler. Ich kann so nicht arbeiten. So. Tag 4, 8 Uhr morgens. Haben wir ja aufgehört. So. Ich gucke jetzt mal eben. Hier war nur Essen drin, ne? Muss ich was trinken? Wäre vielleicht nicht schlecht. So. Das kommt wieder da rein. Ich gucke mal eben nach Eisen. Das ist Iron. Was wir einschmelzen können. Damit. Wir. Ich spreche doch mal in ganzen Sätzen. Damit wir hier vorne auch gleich. Was tun? Hopp, 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 hopp. Weil ich hätte nämlich gerne. Wo sind sie? Die hier. Ums Haus. Aber ob wir die noch schaffen? Ja, mir. Uns fehlt ja auch noch Clay. Ich glaube, das wird eher Holz. Ja, ich glaube, das ist... Aber Pfeilspitzen können wir machen, oder? Brauche ich für die Pfeilspitzen? Brauche ich auch Clay. Aber da brauche ich nur... Hab ich das? Ach, das habe ich nur in der Tasche. Ha, ha. Das rein. Das rein. Tana hat noch so viele Frames. Das rein. Ah, erst mal den Amboss. Wir müssen erst mal den Amboss machen. Der braucht alleine schon... Bitte? Tausend? Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt erst mal noch... puddeln gehen. Die ist kalt. Zieh was an. Jetzt nicht. Ich muss jetzt erst mal mich um die Zombies kümmern. Und vielleicht beten... Und vielleicht beten... Dass der ein oder andere noch ein bisschen... Ähm... Zeug fallen lässt. Eigentlich wollte ich auch noch in die Apotheke, ne? Eigentlich wollte ich noch in die Apotheke gegangen sein. Na, egal. So, da ist der. Und da ist einer. Komm her. Aber ganz ehrlich, eigentlich müsste ich zum Händler gehen. Und da... Die Dinger machen. Damit die meine Brude nicht belagern, ne? Eigentlich. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Das machen wir auch. Komm. Wir holen die Sachen jetzt da raus und stellen... Weil der Händler... Weil dann ist die Händler hinten da hinten beim Händler und nicht bei mir hier. Komm. Das machen wir jetzt auch. Weil dann habe ich die Oschi, Oschi, nämlich nicht bei mir vor der Tür. Wir müssen aber vorher noch mal buddeln. So, holen wir die ganzen Kram noch eben raus. Und holen alles andere noch raus. Und dann bringen wir das drüber. Das ist, glaube ich, die bessere Alternative, ja. So, die Dose kann auch weg. So, noch mehr Dosen? Ne. Alles, was weg kann, kommt jetzt weg. Ne Ambrust wäre nicht schlecht, ne? Ambrust hätte was. Wir haben so viele Rezept... Ähm... Dinger für Ambrust. Das brauchen wir eh noch nicht. Die könnten wir reparieren. Leih brauche ich jetzt auch mal nicht. Äh... Die nehmen wir mit. Ich glaube, das ist auch... Alles... Metall, ne? Wolfram? Sag mal. Mh... Auf jeden Fall Fallspitzen. So, meine Schaufel. Haben wir noch einen? Was bist denn du jetzt für einer? Orden? Nee, einfacher Besuch. So, ist auch gut. Hallo? Wo ist der? Hörst du auf, um mein Haus rumzurullen? Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Oh. Tut das denn not? Krankenschwister ist auch noch hier. Komm her. Nee, weil dann machen wir das nämlich so. Dann gehen wir gleich zum Händler. Schwester auch noch. Oh ja, Schwester. Oh, das gibt Kopfschmerz. Wann? Und sie lebt ja eben immer noch. Und mehr. So, einer stand da hinten irgendwo noch. Einer ist gut. Hier stehen so einige. Da stehen noch so einige. Guck mal, seid ihr eine vorbeigelaufene Horde, die jetzt hier... Oh. Ich bin eigentlich mal gespannt, was da für eine Horde kommen wird. Oh, Ladehemmung. Was für eine Horde da kommen wird. So, dann lassen wir zum Händler rein. Hier sind zwar noch überall welche. Wo ist denn hier das Tor? Um der Ecke, glaube ich. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ist der schon offen? Zehn Uhr, ja. Zehn Uhr ist schon offen. Ich hätte mal allen möglichen anderen Scheiß zum Verkaufen mitnehmen sollen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich hätte viel mehr mitnehmen müssen. So. Aber wir haben zu wenig Erde, glaube ich, oder? Ne, doch. Doch, das könnte klappen. Wir brauchen 100 für... Ja, doch, das könnte klappen. Aber wir schmelzen jetzt erstmal den kleinen Scheiß hier ein. Ich weiß nur nicht, ob die jetzt... Ne, die Filter, Luftfilter könnten, glaube ich, das andere sein, ne? Den Sand hätten wir mitnehmen können. Den Sand hätten wir mitnehmen können. Ach, meine Warteschlange ist noch voll. Seht ihr? Ich mach gerade Spikes. Ne, doch, ist es Eisen. Ist doch Eisen. So. Gucken wir mal kurz. Döschen. Essen und Trinken habe ich auch dabei. Das ist gut. Die Sache ist auch die, wenn wir die Hauswand unten erweitern, können wir auch diese Stützen wegnehmen. Und dann kann ich oben am Rand schön... So. Ambros ist auf jeden Fall das Erste, was wir rausdrücken müssen. Ohne geht gar nicht. Aber dafür brauchen wir 1000 Eisen. Der ist echt teuer. Der ist echt teuer. So, die stellen wir mal nachher. Heißt, wir... Gucken wir mal kurz. Ne. Die macht er noch. Pfeile macht er noch. Da haben wir auch genug von. Eisen machen wir gleich nochmal rein. Dann können wir alles reparieren. Du hast nicht die Erfolge... Ach so. Dafür hätten wir jetzt das andere Eisen gebraucht. Warte. Das war... Ich stelle da gerade nur noch hier. Ja. Aber wir können ja die Schaufel schon mal nutzen. Zehn. Zehn. Er schreckt mich doch nicht, Alter. Er hat auch keinen Ton von sich gegeben, ne? Aber eine Tasche hat er. Alter, was ein Sack. Habt ihr das gesehen? Dieses Miststück. Na, komm her, Uschi. So, ich geh jetzt aber nicht in der Nähe des Handlers farmen. Weil wenn jetzt hier die Schreier-Uschi gleich aufschaue... ...will ich nicht unbedingt hier in der Nähe sein. Wow, noch ein Rucksack. Schön. War aber nicht viel drin. Schade. Na, wo hast du dir denn die Beinchen gebrochen? Alter Schwede, ey. Gleich... Gleich erst mal... ...erschreckend zur Begrüßung. Irgendwo hab ich da was gehört. Mein Gott, ne, ey. Ja, das war mies, oder? Das war mies. Ich glaube, wir gehen da hinten farben, bis hier farben war. Der läuft auch an mir vorbei. Oh, Biker. Vielleicht hat er eine Tasche dabei. Das wär schön. Komm mal her, du! Er hat halt einen Helm auf, ne? Ich halte's. Man muss die halt richtig treffen. So. Wir wollen buddeln. Wir brauchen Leben. Aber vielleicht sollten wir uns vorher um den da kümmern. Ja, komm. Ja, aber das war gezetzt daneben. Sag mal. Bleib liegen. Erstmal x Pfeile daneben gepfeffert. Oh, schön, er hat repariert. Komm, wir haben auch noch ein bisschen Eisen mit. Oh! Oh, da kommt der vorne runter. Oh, bitte nicht da oben drauf. Nee, da hinten. Komm, den holen wir uns. Den holen wir uns. Können wir nebenbei noch ein bisschen Nester gucken. Und Müll durchwühlen. Schmerztabletten. Schmerztabletten sind immer gut. Das läuft alles zinn, ne? Oh, im Eis, ja. Scheiße. Ach, Uschi. Wie viel level die jetzt? Ja, ich hab die EP auch ein bisschen erhöht. Die ist nicht auf 100, sondern auf 125. Da geht es doch ein klein wenig schneller mit dem Leveln. Hier ist alles leer. Haben wir hier Schnee gebuddelt? Ich glaube. Da ist die Kiste. Schnell. Loot. Oh, Baby. Ja. Das ist die Loot-Crate, auf die wir gewartet haben zur Hortenacht. Ha, 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 ha. Alter. Habt ihr das gesehen? Wow. Ho, 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 ho. Also das war mal eine Loot-Crate. Was ist das, wie du in die Welt? die war richtig richtig voll auf jeden Fall eine Pistole gesehen also ein Revolver mehr so oh Ladehemmung trotzdem müssen wir gleich erstmal Erde buddeln erst mal nach vorn da vorne zurück zum Haus wo die Flächen bisschen offener sind weil wir ja alles frei gemacht haben wobei ich glaube für die Hordennacht werden wir noch ein bisschen freier machen müssen alter Schwede das war guter Loot das ist Eisen weil hier ist es schön wie ihr sehen könnt alles schön frei und hier können wir halt wirklich auch sehen wenn irgendwas kommt ich hätte jetzt gesagt wir buddeln hier vorne irgendwo so wir könnten nochmal ganz kurz jetzt ist grad nichts zu sehen also wir haben auf jeden Fall Essen Schmerztabletten eine Remington eine Desert Eagle ist drin gewesen noch eine Remington eine Hacker noch eine Hacker also das ist mal wirklich eine Crate zum Kämpfen ich hab immer Sorge dass was kommt ne so ist das wenn man alleine ist ne man weiß nie wann die Horde um die Ecke kommt jederzeit eigentlich wobei ich glaub die waren ja morgens wieder da ne da war das ja bei der Fennek zum Beispiel auch mal ganz schlimm wisst ihr noch bei der Fennek war es ja so da sind ja nachts immer Ferral gekommen und wenn du dann morgens rauskommst dann waren die immer noch da ahhh das war nicht schön musstest du dich morgens erstmal um die Ferral kümmern wenn sie dir in den Hintern beißen weißt du dass sie da sind ja aber du hast ja gerade bei dem Typen beim beim Händler gesehen der hat keinen Ton gemacht ich hab nicht gesehen dass der vor der Tür war ne wahrscheinlich hätte ich vorher Lärm machen müssen um das zu registrieren dass er da ist das war schon mies das war schon ja 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 Ich habe gerade gezuckt. Wie viele haben wir? 300. Eigentlich schön hell, wo du da bist. Wo ich das ein paar Tage mal gespielt habe, empfand ich das Spiel deprimierend. Also ich spiele hier gerade, das ist ja jetzt auch die gemoddelte Version. Das ist ja War of the Walker. Der hat sich dann doch entschlossen, Alpha 17 mit einzusteigen. Ich glaube, Tanja hatte mir erzählt, dass er eigentlich gar nicht wollte. Erst. Und ja, das hier ist eigentlich das normale grüne Gebiet. Das gibt es auch in der normalen Version. Ich muss mich in die Alpha 17 aber auch noch reinleben. Ich bin da auch noch nicht so ganz, ganz schlüssig. Ja, wenn du alleine spielst, hast du sowieso immer Geräusche, wo keine sind. Und wenn du nichts hörst, beißen sie dich. Ne, also das hier ist ja die War of the Walker. Und nächste Woche geht aber unser Server mit Vanilla online. Weil die Jungs und Mädels doch alle ein bisschen mehr spielen. Und da habe ich gesagt, da machen wir einen Stream-Server, der auch außerhalb des Streams auf ist. Und solange sich an die paar Regeln, die aufgestellt werden, gehalten wird, sollte es eigentlich kein Problem geben. Da seht ihr die Welt. Die Map hier im normalen Vanilla habe ich hier auch mit, genau das gleiche Haus habe ich mit Marek auch gehabt. Genau die gleiche Bude. Nur mit dem Unterschied, dass unsere Händler die Geräte fast alle kaputt waren. Und hier habe ich bis auf die Chemiebank alles ganz. Es kann natürlich auch sein, Stefan, dadurch, dass ich die Schmelze beim Händler anhabe, dass beim Händler vor der Tür Action ist. Ich habe diese Felsen abgehauen, so, dass es bei mir vierheckig wurde. Okay. Ja, da ich ja immer Wahllos haue. Ich würde sagen, wir bringen mal eben erst unseren Loot nach oben und sortieren das ein bisschen aus. Wir können ja mal die Sachen, die wir nicht brauchen, gleich mit zum Händler nehmen. Und die Sachen zum Schmelzen können wir dann gleich mitnehmen und, 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 und. Wir müssen ja eh noch einiges machen. Wir müssen ja noch hier das Haus, ich will das ja noch weiter erweitern, sodass wir halt sodass wir halt ähm warte oh wait ähm dass wenn die Horden Nacht ist wir halt hier schön viel guck mal Daniel ich hab grad der Loot Crate aufgemacht oh Essen, Essen, Essen Verbände Spritze Antibiotika Vitamine Nur gute Sachen Das müssen wir mal hier rein machen So, die können wir anziehen Das nehmen wir mit zum Händler Das bleibt im Schrank Das bleibt im Schrank Das können wir mit zum Händler nehmen Bleibt im Schrank Das ist ja meine Scrap Iron Scrap Iron Stufe 1 Die können wir zerlegen Das geht mit zum Händler Das geht mit zum Händler Rein 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 So, wir haben jetzt zwei Magazin Können die vielleicht verkaufen Müssen mal gucken wie viel Ach Quark Wie viel da drin ist So, kann man hier auch Unload Genau Hat er die Munition jetzt rausgetan Ja, ne Ja So, die Das ist ja meine Die Pack ich mal hier unten Die bleibt hier Remington Haben wir zwei Können wir die auch mal Ach da Die kleinen kommen da rein Ah Ich glaube er hat sich bei den 1 2 3 orientiert Jetzt auch mal angesch... Ja Der hat vieles übernommen Tanja Ich finde aber dieses Unload ganz praktisch Och So, achso ich wollte ja mal genau Die hier werden wir verkaufen Die geht in den Schrank Muni Muni Das geht in den Schrank 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 Putzblitter Würmer Das 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 Ah Scrapeisen Schaufel Ja, kann die noch weg Zerliegen Und Eisenpieke Die kommt in den Schrank So viel Ausdauer habe ich noch nicht Ach Komm 10 So Gut Da haben wir auf jeden Fall einiges zu verkaufen gleich Gucken wir mal was wir sonst hier noch so haben Hier nochmal die Waffen und Werkzeuge auf eine höhere Stufe Mit der Int geht es ja Nee mit Int geht es nicht Tanja Du musst Warte Du musst hier auf Class Perks Nee Crafting Skills Auf Crafting Skills gehen und dann hier die Waffe auswählen die du hast Zum Beispiel hier ist Werkzeug Hier sind Baseball Schläger Hier sind Messer Hier ist Bogen Dann hast du Rival Ammo Hier ist Mechanic Meister Hier kannst du halt schöne Sachen Hier ist Klamotten Das habe ich beim ersten Mal auch nicht gesehen Das habe ich auch beim zweiten Mal gesehen Und dann hast du hier die Aber er macht Das ist nicht mehr so wie am Anfang dass du direkt eins aussuchst sondern du kannst hier quasi Bilder Class fängst automatisch irgendwie an Und hier sind ja die Workstations Ne Hier Crap Iron Ich kann zum Beispiel jetzt schon Craps Woodcrafting Cobblestone Rezepte Scrap Iron Oh ja größere Kisten Birdnest Oh ja das ist auch nicht schlecht Hier kannst du nochmal Waffen Hunting Knives Möbel Hier kannst du nochmal spezielle Essens Sachen machen Das hat er ja alles hinzugefügt hier Aber ist das richtig dass ich bei jedem Level zwei Punkte Ich habe auch so viele Punkte Ich glaube das ist mit Absicht weil du ja mehr Punkte zu vergeben hast Du hast ja die Standard Perks und hast ja noch drei extra Tanja ich denke mal das ist richtig weil du kannst ja mit dem ganzen Skill nicht hinterher Ich denke das passt schon so weil du musst ja mehr Punkte vergeben Du musst ja wesentlich mehr Punkte vergeben So ich muss jetzt erstmal essen und dann gehe ich beim Händler mal wieder die Sachen reinwerfen Boah wir haben schon gleich ich glaube ich habe eine Horde vor der Tür was mit money nehmen wir noch mit der funktioniert ja nicht scheint ja allgemein zu backen so wie es aussieht guck mal wie viel Fenster ich hier habe Single Door Glastüren für innen schön hier ist noch ein Jagdgewehr ja also ich habe auf jede Menge money also ich kann mich nicht beschweren für die Horde Nacht aber ich weiß ja auch noch nicht was da kommen wird da ist noch Glas das kann man mitnehmen da ist der Sand habe ich noch gar nicht gefunden aber ich finde den Loot in den Autos dezent übertrieben ich habe gerade eine loot box eine crate aufgemacht die vom Himmel kam alter Tanja die Tasche war voll da war alles drin ne ne Desert Eagle zwei Gewehre zwei Maschinenpistolen ich bin Tag vier ne ich bin Tag vier aber Messbecher habe ich noch nicht geholt was hab ich denn was hab ich denn auf dem Slot vergessen ach meine Waffe wo ist er ja meine Barretta der ist da hier atmet noch irgendeiner so ich gehe mal zum Händler rüber was sehe ich da die Holzdinger sind wieder wie die Alten aus der sie zu haus kann ja nächsten freitag wird das server eingeweiht wie ist das auch unbedingt ne Jacke oder so geh mal die Schmiede so Amboss oh ja das ging schnell ich spiele aber auch auf leicht Tanja weil ich nicht wusste was mich erwartet weißt du ich wusste nicht wie stark es wird na hier ich hab hier schon guck mal ich hab hier schon Stacheln und für das Haus zum Verstärken hab ich schon Frames muss ich nochmal machen ich wollte jetzt nur das Glas mal einschmelzen und das Sand und dann weiter lehnen und halt den Amboss mal anwerfen 1000 Eisen braucht der Amboss Tanja 1000 1000 lasst wir doch mal auf Zunge zergehen oh oh ja ja vorsichtig die Türe öffne nicht dass wieder ein Zombie davor stehen wie eben muss ich gleich nochmal Frames nachlegen ich höre ihn schon ich höre ihn draußen schon wo bist du man kann ja von innen Gegend schießen ach du hi Tanja ich mach das ja absichtlich hier drin erst hab ich bei mir im Haus die Schmiede angeworfen aber dann hab ich mir gedacht ich bin noch doof der Händler hat doch eine funktionierende soll die Schreierin doch zu ihm laufen weiß wie ich mein aber ich muss wenigstens warten bis jetzt der Amboss durch ist damit ich hier weitermachen kann weil das kann ja dann durchbrennen bis morgen und die Nacht gehe ich ja sowieso in den Keller so zwei Waffen verkaufe ich jetzt und die ganzen Geldscheine bis dahin sollte der Dings auch durch sein hi erst mal die Waffe aus der Hand legen sonst meckert er wieder hi weil dann können wir vielleicht noch ein bisschen was kaufen so die 8 ergibt uns dafür 8 Münzen 22 und das Geld will ja gut willst du die die wird er nehmen ne den wird er auch nehmen hey honky spät ist das viertel vor sechs hey du die Hauptsache ist dass ich hier gleich raus komme ist das fertig ne immer noch nicht ah ne ich habe ja schon einen Minenhelm habe ich ja habe ich ja gefunden im auto so der sand ist gleich durch der ist durch mal gucken hat hat er noch was schönes jucca saft hat kaffee alles nicht so überzeugend so dass aus zum reparieren zum m Ne, weil dann kann ich nämlich gleich hier dem Lehm da noch reinschmeißen. Weil ich will mir Fallspitzen machen. Na, hier, aber da brauchst du den Amboss. Die Gläser wollen wir auch haben. Ach ja. So. Zu verstärken der Wände habe ich auch. Noch mehr Steine. Ich habe mir jetzt auch gedacht, ich mache das so, ich mache da, die Reihe, die ich da jetzt habe, mach ich gar nicht. Ich mache jetzt drumherum noch welche. Dann die äußere Schicht mache ich verstärkt. Von innen das Haus tue ich verstärken. Und gut. Und dann Zweigström. Ich glaube, damit kommen wir, glaube ich, ganz gut hin. Der Tag ist schon rum hier, ne? Obwohl ich, äh, gar nicht so viel... Ja, du bist halt sehr beschäftigt mit den Zombies, ne, Tanja? Also, die Zombies halten schon gut auf. So. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache das so. Ich werde das zerlegen. Ich weiß, man soll es nicht machen. Aber ich mache es jetzt. Zerlegen. Weil dann habe ich alles auf einem Stapel. Und dann kann ich das mit dem Lebens... Warte mal. So. Ambos ist fertig. Jawoll. So. Machen wir den mal rein. Gucken wir mal kurz, wie ist das mit dem Eisen zerlegen? Oh, das geht ja schnell. Wollen wir schon wieder tausend... Aber die Gläser können wir schon mal rausdrücken. Dann drücken wir oft einen Grill raus. Eisenstangen. Ja. So, das sind schon mal die ersten. Und wenn dann über Nacht alles eingelaufen ist, dann hat das Hirn schon zu Brei gekloppt. Wie? Nee. Ach was, Kevin. Nein. Wieso? Weshalb? Nein. So. Gläser nehmen wir auf jeden Fall mit. Ein bisschen muss ich noch mitnehmen. Ich muss noch laufen, wenn ich morgen wiederkomme. Ich glaube, wir haben nichts mehr zu zerlegen, ne? Jo. Das behalten wir. Bei wenigstens noch gleich Getränke machen. Das nehmen wir mit nach Hause. Das nehmen wir mit nach Hause. Spikes haben wir da. Das ist immer gut. Das ist für die Wände. Das ist für die Wände. Ja, ich muss hier bald mal raus. Sonst schmeißt der mich raus. Aber ich will ja wenigstens die Sache mit. Also das geht dann nämlich noch mit. Und dann gehen wir raus hier. Guck mal, zerlegen. Doch, zerlegen. Das brauche ich eh noch ein bisschen, bis es läuft. Also zu viel brauchen wir nicht. Gut. Falschspitzen wollte ich auch machen, ne? Oh. Komm, machen wir mal 50 Nägel. Und 100 Falschspitzen. Ich weiß echt nicht, was morgen an Monster kommt. Ist hier eine? Nö. So. Man kann hier nämlich drüber springen. Brauchst nicht mal die Tür aufmachen. So. Ab nach Hause. Wo ist denn nach Hause? Da. Erstmal gucken, wo nach Hause ist. So ist Tana. So. Wir haben jetzt halb acht. Ich denke, wir werden dann jetzt gleich reingehen. Essen und Getränke fertig machen. Und dann werde ich mich wieder in die Mine begeben. Weil einmal kriegen wir da Steine. Und wir... Wir kommen da auch schön... Eisen beim Kloppen. Deswegen habe ich jetzt nicht alles weggegeben. Ne? So. Was? Du gehst jetzt ins Bett? Ja, dann gute Nacht, Stefan. Schlafen Sie gut. So. Können wir hier den Grill reinsetzen? Und dann gucken wir mal. Wir haben noch rohes Fleisch. Ja. Marmeladen-Sandwich. Hier haben wir noch Eier. Wasser habe ich hier. Kommt, dann machen wir es schon mal. Schinkenspeck mit Eier. Einmal... Rabbid oder Stick. Einmal... Ehe gekochte Eier. Und... Bläser und Wasser. Bei Wartemann... Obwohl... Klima... Bei... Machen wir das dreckige Wasser doch einmal. Vielleicht brauchen wir es doch noch mal. So. Mein Hammer. Wenn das da durch hier ist, dann... Nehme ich gleich noch mit runter. Das ist schon praktisch, wenn man hier... Ähm... Wenn man hier ein bisschen Schnee hat. Das dreckige Wasser ist ja zum Herstellen von Sachen. Das dreckige Wasser. Das brauche ich. Das brauche ich auch nicht. Ähm... Ja. Nicht spät. Ja. Da ist ja die Mine. Ah, ich muss noch Kerzen mitnehmen. Kerzen muss ich noch mitnehmen. Aber weißt du, was ich glaube, Tanja? Was ich mache? Dass ich eventuell später den... Ah, jetzt habe ich das genau darüber gesetzt. Ähm... Das nach oben noch weiterführe. Und drunter rum einfach zumauere. Dass in der Hornennacht hier kein Freiraum ist. Ich glaube, das wäre sinniger. Wir haben ja schon mal gelernt aus der Horde, ne? Weil... Ich glaube, in War of the Walker gibt es auch explodierende Dicke. In der Hornennacht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber wenn der Polit... Wenn die Polizisten kommen, bin ich sowieso am Arsch. Und wenn man jetzt guckt... 1500 sind das. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied zu 500. Ich meine, draußen sind jetzt eh schon drei Schichten? Zwei? Das muss alles noch weg hier. Damit wir das hier ausholen können. So. Und die habe ich ja mitgenommen, wenn ich unten Steine habe. Und ich glaube, dass ich dann... Direkt... Was ist das hier? Eine Kerze, siehste? Jetzt hätte ich sie fast wieder vergessen. Na, kommt drauf an, wenn es auf leicht steht, ob du die direkt in der ersten Hornennacht schon hast. Naja... Leicht heißt ja nur der Schaden, den die machen. Das heißt nicht, dass die nicht da sind. Und ich habe in der... Bei War of the Walker am ersten Tag im Gebäude schon einen verstrahlten Spider-Guard. Und die erste Horde, die ich hatte auf dem Server, war eine Football-Horde. Ne? Und von der Größe, als wären es zwei. Da kannst du, glaube ich, bei der Mod nicht danach gehen. So. Der Hammer kommt wieder rein. So. Kerzen habe ich dabei, ne? Damit ich unten ein bisschen Licht machen kann. Ja. Weil mit dem Miner-Helm habe ich das Problem, dass die den Sehen durch die Vem. Aber hier, ich habe für die Hornennacht, ich bin gut vorbereitet. Munition, Waffen, ist auch alles da. Sollen sie kommen, boah. Ah, in drei Tagen. Noch ist nie soweit. 35, okay. Lass das jetzt mal mit dem Wasser. Und werde mich mal Richtung Mine machen. Da. Wee. Wee. Ich bin hier schon unten. Plops. Wir sind ja schon unten. Warte mal. Komm, wir machen mal hier was hinter. Können wir nämlich hier. Hier. Ja, ist auf jeden Fall weniger, als wenn ich den hier anmach. Definitiv weniger. Damit sie nachts nicht so untätig hier rumsteht. Aber sie baut den auch ein wenig aus hier. Und den Türbereich, Treppenbereich wird auf jeden Fall nochmal extra eingemauert. Decke soll ja drei hoch werden. So. Dann sehe ich wenigstens, wo drei hoch ist. Obwohl, warte. Nee, warte, warte, warte. Hä? Nee. Scheiße. Ah, der muss weg. Okay. Okay. Soviel dazu, ne? Soviel dazu, ne? Da müssen die dran. Ich mag das nicht, wenn das zu niedrig, ganz niedrig ist. Haben wir eigentlich schon Eisen abgebaut? Ja. Zerlegen. Können wir nämlich die Spitzhackeln schon reparieren. Ja, so drei ist, glaube ich, in Ordnung. Mit drei kann man, glaube ich, ganz gut leben. Warte, jetzt hängt die Kerze da. Da sollst du doch nicht hin. Das sollst du doch an der Wand hier. Nachts kannst du eh nicht viel machen. Das Beste, was du nachts machen kannst, ist halt wirklich Mine, ne? Ich meine, es ist ja auch schönes Material, was du zusammenholst. Ja, ich habe hier direkt um der Ecke zwei von diesen Dingern, wo du die Kisten oben drauf hast. Und da habe ich erstmal alle Kerzen abgeprügelt. Alle mitgenommen. Bis auf zwei, glaube ich. Weil da hätte ich mich auf der anderen Seite wieder hochbauen müssen. Geht der Mond auf? Es ist auch immer so hell hier. Du bist Level 30. Ja, schön. Ja, hier die Quest. Ich hatte ja letztes Mal die 6000 Holz schon. Aber nachdem ich ausgelockt bin, hat das wohl nicht mehr gezählt. Das muss ich jetzt nochmal voll machen. Aber hier unten kannst du wunderbar die 6000 Steine zusammenkriegen. Weil ich habe oben nur die kleinen Ressourcensteine. Und da kommst du ja nicht weit mit. Na, ich habe ja jetzt hier die Bilder-Quest. Aber Lehm ist halt sehr kritisch. Ich habe ja jetzt hier die Bilder-Quest-Quest-Quest-Quest-Quest. Aber man mag halt nicht ins Loch gehen, wenn man nicht weiß, ob eine Horde kommt. Wobei, ich habe irgendwie... Es hört sich bei mir immer an, als wenn die immer nur morgens kommt. Ja, der hat ja nicht alle Gebäude überarbeitet. Es gibt ja auch noch alte. Tanja. Es gibt auch noch alte Gebäude. So, erst mal den Vorraum. Und den Schmiederaum werde ich weiter außen setzen. So. Oh, wir haben hier Sand. Oh, das ist nicht gut. Da ist ein Blei. Ja, Blei. Ja, heute ist irgendwie frisch, ne? Habe ich auch schon gemerkt. Guck mal, noch mehr Gläser. Komm. Reparieren. So, alles mal ein bisschen sichern hier. Alles mal ein bisschen sichern. Da ist ein bisschen frisch. Komische Luft, ne? Irgendwie ist es eine ganz komische Luft. So. Ich glaube... Ja, da geht nix. Alles sichern und da fällt die Decke auf den Kopf. Du, das wäre schon alles mal passiert, du. Ne? Alles schon mal passiert. Ich muss ja mal gucken, ob ich nicht eine größere bauen kann. Elf Grad. Wow. Ja, das ist auch zum Beispiel hier David auf dem Server auch schon passiert. Der spielt ja sehr viel, Seven Days und geht ja auch in den Naka und alles. Aber da waren die irgendwas am abbauen und da ist auch die halbe Mine runtergekommen. Oder hier, erinnert ihr euch noch an den Clip mit Gannu? Wo wir dann hier das Nitrat geholt haben? Wo die ganze Mino zusammengebrochen ist? Hohohoho. Gestern hatte die 30 Grad. Ja, ich habe mit meinem Vater heute am Telefon schon gesprochen. Das ist auch so ein komisches Wetter. Ja, ganz komisch. So. Ich denke mal noch eine Reihe und dann bauen wir die Wand runter. Hä? Ja, den Clip hast du glaube ich sogar gemacht, ja. Ich glaube, das warst du. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ist da? Der da hin? So. Ich würde fast sagen, ist da die Wand runterbauen. Jo. Oh, habe ich jetzt da oben? Nee, da drüber ist nämlich nichts, siehste. Ja. Ich habe irgendwie vergessen. Ich habe irgendwie vergessen. Scheiße. Ja, genau. Ja. Manchmal hat man es. Falsch gebaut. Falsch gebaut. So, der muss auch noch da rein. Gando hat es putt gemacht. Oh ja. Ja, war schön. So. Das ist der Gang nach Süden. Das ist der Gang nach Süden. Gibt es seit uns. Mal was hinsetzen hier. Boing. So, den oben haben wir. So. So. Zwei rein, ne? Ja. Ach ja, und was macht ihr gerade nebenbei so? Erzähl mal. Ist ja gerade nichts aufregendes. Ich bin ja nur hier am kloppen. Und versuchen meine Berufequests da fertig zu kriegen. TFT spielen. Ich schaue dir zu. Ja, TFT ist ja aktuell auch so ein Spiel, wo viele drauf, ne? Habe ich auch bei Heiningen schon gesehen. Ja, doch. Ich habe das, glaube ich, bei Kalisha, habe ich es, glaube ich, gesehen. Die hat es gespielt. Und Sirius hat es, glaube ich, auch gezockt. Also, es sieht schon nicht schlecht aus, aber es ist kein Spiel für mich. Ne? Das ist halt so. Genauso wie ihr letztes Sagt ist, von wegen, wo wir uns über RP unterhalten haben. Das ist mit meiner Stimme wahrscheinlich auch drauf. Aber ich interessiere mich für GTA-RP überhaupt nicht. Das ist irgendwie... Ich weiß nicht. Ich spiele ja auch im WoW keine RP. Also, das ist mir... Weiß ich nicht. Aber in ARK oder in Seven Days könnte ich mir das auch gut vorstellen, ja. Mal schauen. Naja, mit LOL habe ich ja so gar nichts am Mut. Ich habe einen Account, weil wir ja da mal spielen wollten. Mit mehreren. Aber... Ich habe mal nur ein bisschen Hotz gespielt und das war's. In einer Woche, zwei Monate unterwegs und da musste ich Dampfer-Sachen nachbestellen. Genug hatte ich die Zeit. Das war diesmal nicht billig. Ja, ich muss mir... Du musst mir die Adresse nochmal geben, Tanja. Weil ich muss mir nämlich auch eine neue holen. Meine ist kaputt. Die zieht nicht mehr richtig. Und da ich den Geruch langsam mal aus der Bude raushaben möchte, wäre ganz schön... So, am Computer habe ich mir gedacht, das ist wahrscheinlich eine ganz gute Sache. Ja, weil Liquid... Ich habe ja von keinem Nikotin bis... Ich habe Nikotin drin. Alles hier. Aber... Hast du eine Nachricht? Achso, im Discord. Alles klar. Ne, weil... Muss ja nur ein einfacher Apparat sein, weil das ja nicht für dauerhaft ist, sondern für mich. Also für mich... Für... Für... Mal so, mal so. Ja. Ah, auf den... Ah, okay. Dankeschön. So, jetzt ist die Axt. Ähm... Ich... Ich habe es mir angesehen, Kevin. Das ist nicht... Das ist kein Spiel für mich. Das ist... Das weiß ich nicht. Nee. Nee. Nee, das ist... Nee. Ich habe mit Loll schon Koller gekriegt. Ja, muss ich später mal gucken, Tanja. Muss ich später mal gucken. Weil die... Die haben jetzt vorne zwar welches, Liquid und so, aber das schmeckt mir nicht so gut. Ja, das sagst du jemanden, der kein Geld hat. Ja. Ja, von und zu. Ich kaufe ja fertig gemischt. Ich mische das nicht selber. Das kann ich mir nicht... Das, äh... Nee, das... Das sage ich... Ja, das weiß ich, dass du das sagst, aber du kannst es dir auch leisten, ne? Davon ab. So. Oh, das ist jetzt aber zwei. Genau, ich wollte ja dann hier die Ecke noch rein. Und dann darüber. Jo. Okay. Kannst du theoretisch auch auf ein Handy schicken, Tanja. Ich kann ja Handy über... über Computer auch... äh... also Dings auch machen. Bergarbeit macht mein Charakter durstig. Aber wir haben auf jeden Fall genug Material. Ne, da geht noch nicht. Ah, Blei. Blei braucht sie nicht. So, das geht jetzt darüber. Ist die neueste Pico und hat sehr gute... Ja, wie gesagt, das Ding darf auch... darf leider aber nicht so viel kosten, ne? Trink dran. Armes... Armes Mensch, ich bin. Solange das mit... mit der Umschulung im All noch nicht gegessen ist. Ganz armes Mensch, ich bin. So, das ist das mit der Umschulung im All noch nicht gegessen ist. Äh... Solange ich dafür keinen Ratenvertrag aufnehmen muss, Tanja. Ach so, warte mal. Hab ich zu weit geschlagen, ja? Jo. Brauchst du gar nicht so weit. So, soll ja nur... Hier noch. Ja. Und... Hey. Sand. Hey. Ah, nee, nee. Keine Sorge, ich weiß doch, dass du nicht... Ja. Ganz armes Mensch. Oh. Ja, ich sollte hier mal Platz machen, ne? Wobei, wenn ich hier so gucke... Da hab ich ein bisschen mehr Platz gelassen. Egal. So, letztes Stündchen. Also ganz fertig, wenn wir den Keller wohl nicht kriegen heute. Dann morgen. Da ist wieder Sand. Aber wir haben die Steine fertig. Ist das nicht schön? Dann haben wir... So, dann haben wir es nach einer Kombi geguckt. Sonst wird das eh nur teuer, wie Kombi. Akkuträger und Tank in einem. Ähm, aha. Muss er repariert? Ach, das sind die breiteren, oder? Ich habe ja eher die Dinger, die aussehen von der Dicke her wie eine Zigarre. So eine habe ich ja. Aktuell noch. Aber die ist halt, das Ding taucht nichts. Die, die ich früher mal hatte, die waren gut. Da kam auch richtig Dampf raus. Aber die hier... Kannst vergessen. So, dann nochmal da. Da oben muss noch hin. Oh. Nein, nicht nochmal. Da ist Sand. Na, deswegen muss alles zugemacht werden. Das muss ich hier richtig abstützen. Ah, warte. Ah, warte. So. Na, guck mal. Oh, jetzt wieder Blei. Hilfe, die wollen alle, dass ich ab sofort tank werde im Raid. Nein. Wir haben Tanks. Dann lässt du die einmal alleine, weißt du. Dann machen sie nur Blödsinn. So. Dann lässt du die einmal alleine alle. Tanja, wir machen sie nur Blödsinn. So. Gut. Wir haben auf jeden Fall schon mal, wie ihr sehen könnt, zwei Seiten fertig. Jetzt gehen wir erstmal wieder nach oben. Ja, genau. So gehen wir nach oben. So. Hallo? Es ist nur los. Hallo? Hab ich hier irgendwas kaputt gemacht? Warte mal. Hatten wir ja schon mal, ne? Wenn man was kaputt macht. Jetzt komm ich da nicht mehr hoch. Das gibt's doch nicht. Aha. Da. 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 So, dann lass uns mal gucken gehen. Ich hab doch bestimmt Freunde draußen. Da ist noch Lehm, da sind noch Pfeile. Rezepte. Machen wir nochmal 50. Hör sie dir an. Ah, hab ich noch gar nicht gelernt, siehste. Hör auf gegen die Wände zu schlagen, Mann. Das geht noch nicht, ne? Strange Level 2. Ich komm gleich da runter, dann gibt's Saures, du. Oh. Pass auf. Woh. Und hier. Und hier. Perle. Lässt du mein Haus zufrieden? Nein. 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 Aber diese Ladehemmungen. Ich glaube, es ist noch gar keine Horde vorbeigelaufen, oder? Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Ach. Jetzt muss ich wieder das Ding reparieren, ne? Weil Uschi meinte, sie müsste dagegen schlagen. Nein. Noch keine Horde gesehen. Normalerweise ist morgens hier immer alles voll, wenn ich aufstehe. Die Perle hat auf jeden Fall das Haus kaputt gemacht. Ich muss noch mal kurz gucken gehen. Ist ruhig, ne? Ja, geht's nicht, Honki. Geht's nicht. Da hat sie ein Loch reingeschlagen. So, der Händler ist ja noch gar nicht da. Guten Morgen. Auf welcher Entfernung der einen spürt morgens, ne? Obwohl... Oh. Ja. Headshot. Hä? Ja. Aber weißt du, was ich mir überlegt habe, was ich machen könnte hier den Buddeln? Und ich meine, dass ich mir einfach mit Frames hier einen Rand drum setze. Erstmal. Weißt du, wie ich meine? Ich werde schon wieder was machen. Ich werde schon wieder was machen. Weißt du, dass du so früh genug merkst, wenn da jemand gegenläuft. Okay, da die Dinger versinken, werden wir drei hoch machen müssen. Aber das hält dann noch erstmal... Alles an Dinos, wollte ich gerade sagen. An Zombies erstmal einen kleinen Moment alles auf. Und ich kann dann erstmal reagieren. Ne? Ne? Weil gerade hier, du hörst nicht, wenn die kommen. Außer du triggerst sie. Und es ist halt komisch... Oh, das ist der Hammer. Es ist halt absolut komisch, dass noch keine da war. Oh, das ist der Hammer. So... Okay. Hä? Fertigen. Außer natürlich, es kommt Spider. Dann sind wir am Arsch. Weil die kommen ja rüber. Elania, einen wunderschönen, guten wünsche ich dir. Na, alles klar. Falls du dich fragst, was ich hier gerade baue, ich baue mir gerade ein Buddelkäfig. Weil heute Morgen keine Horde da war. Normalerweise eine wäre. Weißt du, was ich meine? Kann natürlich sein, dass die auch beim Händler stehen, weil ich ja da die Schmelze anhatte. Aber man weiß ja nie, ne? Alles gut soweit? Das ist schön. Stefan, der Spruch ist doch schon alt. Überleg schnell mal was Neues. So, ich brauche mal bestimmt 50. Weißt du mal, hier kannst du wenigstens durchschießen. Und wenn ich schnell weg muss, brauche ich nur drücken. wir muerte. Wir hören Und bin Bock, Reicht das von der Höhe? Das sind drei hoch. Reicht das für Zombies? Ja, ne? Das sollte reichen, Tanja, oder? Jetzt hat er die Grippe. Nein. Was macht der denn? Noch einen, ne? Ja, komm. Mein schönes Holz. Mein schönes Holz. Stimmt, man muss ja jetzt höher machen, ne? Dadurch, dass die ja so springen können, die Bieser. Die Ruhe vor dem Sturm. Entweder sind die heute Nacht vorbeigerannt. Muss, muss ja. Dann ja, bei mir ist es sogar so, dass die Football-Spieler nicht rennen, sondern die laufen teils schnell. Aber die rennen nicht. So. Ja, dann. Frohes Buddeln. Und für den Notfall natürlich, um da hochzukommen. Also war bei mir auf jeden Fall so. Ne, weil die rennen ja normalerweise. Und für den Notfall. Ich trau dem Brat nicht. Tana traut dem Braten nicht. Guck mal. Wisst ihr, was ich meine? Ja, auf jeden Fall gute Besserung weiterhin an deinem Mann, ne? Lennon, ja? Und soll mal aufhören, hier zu schreien. Das ist nicht gut. Ich kenne mich damit aus. Ich schreie auch immer hier. Entweder hängen die da dran, oder die hängen beim Händler, weil die Schmelze läuft. Weil wir dann spätestens sehen, wenn wir beim Händler sind. Aber ich muss noch die 6.000 da voll fliegen. Oh, dein Ernst? Jetzt fiel ich auch noch? Ja, ich hab den meiner Helm an. Das wird man ja dann. Hä? Ich dachte, ich hätte gerade einen Spiner gehört. Alter. Wie nervös die Frau ist, ne? Aber ich glaube, das bin ich, weil ich friere. So. So. Das hat sie sich schon im Käfig gebaut, ne? Und der hat immer noch Schitz in der Brüx. Und der hat auch noch eine R6-Fause voll. Ja, ich wurde gerade mein eigenes Grab, weißt du doch. So. 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 Es irritiert halt total, weil überhaupt keiner zu sehen ist. Wow, die ersten 1000 Leben haben wir. Da ist nix, Tarnabundel weiter. Oh, das ist nix. Ich muss Ausdauerrecken. Nachher kommt... Ja, das macht ja nichts. Die Wände gehen nicht kaputt und ich schieße einfach von drinnen. Können wir da gerne machen. Ne, da bin ich ja dann schmerzfrei. So, 9 Uhr. Also oben friert sie nicht, ne? Aber hier drin im Loch. Was soll das denn bitte? Na ja, so groß wie die am ersten Tag war... Ich vermute ganz stark, dass sie durchgerannt sind. Ich vermute ganz stark, dass sie durchgerannt sind, die Nacht. Aber das ist mein Magen. Ich denke gerade... Oh, Tanne. Die kann man auch essen, ne? Yummy, Würmer! Aber ich glaube, ich muss einmal rein essen. Ich hab nicht genug Essen mitgenommen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier doch von innen hochklettern. Und ich muss mal gucken, ob ich mir was zum Anziehen machen kann. Ich weiß auch gar nicht, wenn ich friere. Oh. Du kannst die Dinger, wenn die kaputt sind, die dann nicht abbauen. Woher gehe ich denn jetzt? Ja. Zombies sind aus. Ich wechsle in den Lurker-Modus. Kinder haben. Kinder baden. Uns wettbringen. Bin mit einem Ohr aber hier. Alles klar. Stefan ist ja auch noch da. Und die anderen. Alles klar, Stefan. Falsch. Alles klar, Kevin. So. Ah, ich komme mit dem... Also, Tana, dein Schar wird irgendwann sterben. Aber nur wegen dir und deiner Paranoia. Ja, hast du das Spiel schon mal alleine gespielt? Da kannst du nur Paranoid werden. So, gegessen haben wir. Ich nehme mal Eier und Würste mit. Wir wollen mal hier rein. Ich heile auch. Oh, schön. Spiel mal das Spiel und schau mal da bei Seven Days. Habe ich einmal gemacht. Nie wieder. Also, es ist keine gute Idee, ein Zombie-Game zu spielen und nebenbei ein Zombie-Stream zu gucken. Genauso kannst du Walking Dead auch nicht gucken, während du Seven Days spielst. Alles schon hinter mir. Das macht dich richtig paranoid. Genauso, wenn du mit mehreren spielst und bei den Mitspielern die Boxen an sind und du hörst das... äh, du hörst die Zombies von denen und du drehst dich dann dauernd um und denkst dir, scheiße, wo sind denn hier Zombies und du hast gar keine. Weil du die einfach nur bei den anderen gehört hast. So. Wir haben gegessen, wir haben getrunken. Da ist mein Buddel-Käfig. Alter, sind die Zombies über Nacht ausgeschoben? Habe ich mir extra Pfeile hergestellt und da ist nix. Gibt's ja nicht. Wo sind die alle? Aber wir müssen mal kurz zum Händler, glaube ich, oder? Ah, noch habe ich nicht genug Eisen. Ah, wir müssen die Stangen da rausholen, ne? Aber wir haben auch nicht genug Lehm, glaube ich, in der Schmelze. Hm. Ich sehe es schon kommen. Gleich kommt hier irgendwas angerannt. Ich sag's euch. Ich sehe es schon kommen. Das war Holz. Okay. Okay. Ich glaube, wir gehen mal kurz zum Händler und... Weil ich habe ja doch auch noch Glas, ne? Also auch Sand. Schmeißen wir den Sand mal rein. Ja, das ist eine Idee. Hm. Aber das Beste mit Kopfhörer ich höre auch als ein Zombie, aber über die Boxen nicht. Ja, meine Boxen gehen ja auch nach hinten raus am Hauptmonitor, weil ich meine Miniboxen nicht ausgepackt habe. Jetzt kann die Horde kommen, ich bin hier drin. Ja, Leben ist noch drin, da brauchen wir erstmal noch nicht reinsetzen. Dis kommt rein, Dis kommt rein. Warte mal, ich geh mal nach oben. Hallo? Ey, ein Zombie! Ist nicht wahr, da! Haben die jetzt länger gebraucht, bis sie gespawnt sind, oder was? Ein Zombie. Na dann! Hier ist immer noch der Nächste. Ah ja. Wird schon! Hallo! So, das müssen wir mitnehmen, das nehmen wir mit, das. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Eisenstangen. Gläser drücken wir gleich auch noch raus, die nehmen wir auch noch mit. Ja, oder die hängen wirklich alle hinten, hinter oder unter dem grauen Riesenfelsen. Meinst du, dass die da hinten festhängen? Möglich. Oh, mein Kiefer ist schon wieder weh, ey. Oh! Ey. Ich weiß nicht, was sie da gemacht hat. Am Mittwoch. Auf jeden Fall seit Mittwoch. Boah. Ich vermute echt, dass die Füllung da dran hängt. Weil das ja auf 17... Ja, aber 17.4 war doch eigentlich schon gepatcht einiges, oder? Äh, da. Hallo? Ich höre dich atmen. Und das war nicht mein Atem. Alle Mods mit 17.4-Engine haben irgendwelche Probleme. Achso, das meinst du. Ja, das ist natürlich möglich, ne? Es läuft ja auch die 17.4, läuft zwar schon runder wie die 17.2. Aber auch noch nicht so rum. Ich warte gerade eben, dass das Eisen noch durchgeht. Und dann schmeiße ich das nächste rein. Entschuldigung. Aber auf jeden Fall noch mehr Falschspitzen. Ja, Zombie ohne Ton. Das erinnert mich so an das, äh, Hardcore-Event von Asrak. Die haben ja auch keinen Ton gesagt. Die haben ja auch nichts gesagt, die Bieste. Ich weiß ja nicht, ob das gewollt ist, dass die erst so spät was sagen. Meistens reagieren die ja erst mit Sound, wenn die getriggert werden, ne? Warte mal, wie war das jetzt mit... Nein! Beton war ja... Das haben ja Bruchsteine... 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 Portland Concrete, nix. Okay. Noch eine Etage höher. Alles klar. Da ist er. Wenn wir letztes Mal auch das Fleisch auf der anderen Seite weckern. So, das läuft. Nehmen wir die noch mit. Nehmen wir die noch mit. Ja, für die Stand muss da mehr rein, ne? Ja. Wie viele Dings brauchen wir denn für die Stande? 20. Also Clay ist auf jeden Fall noch einiges drin. Ist gut. Das Holz wird nicht reichen. So. Juts. Juts. Wollen wir hier oben gucken? Nö. ab nach hause andere seite ich glaube wir sollten uns weiter an haus am haus zu werkeln und nicht weniger buddeln obwohl ich brauche das ja eigentlich das zeug ja zur verstärkung der wände aber ich habe ja gesagt wir bauen das jetzt einfach so zu und wir gehen das auf die andere seite und bauen dann die äußerste schicht wird dann verstärkt der muss weg und der balkon muss man gucken wir müssen eigentlich wegklappen dass der balkon oben genau mit dem haus abschließt weißt du dann kloppe ich den nämlich hier weg da 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 ach so weil ich hier im verbrannten stückchen stehe ich denke warum höre ich denn die musik da das spiel ist zum paranoia kriegen da da Baby, lach du nur. Da lacht sie. So, die Pfeiler kommen nämlich dann weg. Weil die haben sie ja ziemlich schnell weggekloppt. Die Wände werden auf jeden Fall dann noch verstärkt. Dafür brauche ich ja den Leben für die Pflastersteine. Ja, da hat auch jemand gegengekloppt. In der Nacht wahrscheinlich, wo ich nicht da war. Hä? Oder die hängen wirklich irgendwo fest, ne? Aber man soll's ja nicht beschreien. Früher war's immer so, immer wenn's geruckelt hat, dann kam irgendwo was. Man soll's nicht beschreien, Evie. Ja, aber das war auf jeden Fall schon mal gut, ne? Auf jeden Fall schon mal gut fertig. Da hat's einmal rum. Dann haben wir die Lampe weg. Dann haben wir die Lampe weg. Und, äh, noch Fackeln machen. So. So. Hier müssen noch welche rein. Ach, da ist auch noch eine Lampe. So. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Wieso die ganze Zeit ums Haus rumhecht? Ja, hier haben wir zwar noch die Treppe, aber... Ja, das wird schon. So. So. So, dann müssen wir gleich mal gucken, wie wir es am besten hier machen. Ah. Hä? Haben wir aber was gesagt? Warte mal. Äh... Genau, die Steine brauche ich ja noch für drin. Hm? Ja. zack dass ich beim Riesenfelsen in den Boden graben und unten bei deinem Haus rauskomme Das wäre doch mal eine actionreiche Nacht, oder? Ja Das wäre doch mal eine actionreiche Nacht Nicht? Mehr habe ich nicht Das heißt, wir müssen hier wo offen ist erstmal die Dinger dran machen Ja, aber so kannst du schön runterschießen, ist doch praktisch Das ist doch praktisch Ja, dann lassen wir da den Frame dann drinnen Wobei, die können ja hier hochrutschen, ne? Müssen wir da wieder zumachen Aber ich will ja das hier sowieso wegmachen Das heißt der ja geht weg Der bleibt das mal zu Nein, er ist nicht Nein, er ist nicht Nein, er ist nicht Nein, er ist nicht Nein, er wird auch gar kein Aber ich kann es nicht aber auch garanti ich kann es nicht da die wo sie gleich noch mal gucken wie ich da dann am besten hochkommen ja am besten auch mit den Frames ne ich muss halt nur gucken wie weit ich die dann abgebaut gebaut bekomme bis auf einen ja ich glaube damit können wir leben oder so bin ich mal auf die Horde noch gespannt doch das ist mir schon passiert Stefan ich habe auf diesen Hügeln mal ein Lager gehabt wo das ist mir schon passiert wo halt drum die halt auf diesen Kanten sind keine gute Idee da unten drunter ne Mine zu bauen glaubt es mir ich spreche aus Erfahrung so das war eine der schlechtesten Entscheidungen in diesem Spiel die ich je getroffen habe und dann hatte ich da 3 Jahren drin ja Halleluja besser konnte es nicht gehen so ich mache das direkt gleich so fertig hör mal hier oben könnte man Vogelnester hinpacken so unsere Vogelnestfarm wäre eine Idee ne hier oben Hä? Was, Eevee? Ja, wir haben da vorne zwar noch Frames stehen, aber jetzt extra dafür runter gehen, sind gerade so schön dabei hier. Was sagt denn die Uhr? Oh, shit! So, jetzt haben wir auf jeden Fall wenigstens einmal drumherum, ne? Wir können auf jeden Fall schon mal kämpfen. Auch hier, wobei ich mir die Eisendinger finde ich schöner wie die anderen. Ja, für Vogelnests wäre das super da oben, ne? Du kannst ja in der War of the Walker selber deine Nester bauen. Also so eine Nestfarm. Das wird's praktisch. So, jetzt ist das so schön. Jetzt schauen wir uns. So, jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020 So, mal ein bisschen fixieren, ein bisschen mehr aushält, komischer Hammer, ne? Und sie baut, und sie baut, oh, ja, und sie verkackt. So, weil sie wieder 17 Uhr sind. So, sie baut, oh, ja, und sie baut, oh, ja, und sie baut. Okay, so, was ist das? Oh, ich habe es. Oder das fahre ich selber. Hängt hier irgendwo einer rum? Ich sehe die nicht. Ich habe doch was Atmen gehört oder Schnaufen. Oder war das wirklich ich? Keine Arbeit gewohnt, weißt du? Keine Arbeit gewohnt. So. Aber ich würde fast sagen, wir gehen runter und machen den untersten Rand schon mal. Und dann können wir nämlich schon mal die ersten Spikes aufstellen, wa? Tada. Aber das ist nämlich so. Dann können wir die schon mal aufstellen. Wie sehen die dann aus? Warte mal. Sind die normalen, ne? Ja. Ich würde mal kurz gucken. Das Eck. Das Eck. Nach vorn. Jetzt geht sie runter und dann kommen sie. Pass auf. Ah, hier geht es weiter. Ich glaube, wenn du das mit Meeren spielst und dann baust und alles, ich glaube, wegen der Berufe-Quest, die muss er am besten gleich am ersten Tag erledigen, weil sonst kommst du hinterher mit dem Bauern nicht mehr hin. Was ich meine? Was ich meine? Was? 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 Oh, das ist ja so ein Bug von 17.4, glaube ich, Stefan, dass keine Zombies da sind. Das hatte ich auch schon in der normalen. Weißt du noch? Da haben wir bald zwei Tage keine Zombies gesehen. Wenn man sowas vorher wüsste, dass der Tag verpackt ist, ne? Dann könnte man sich voll und ganz der Bauerei hergeben. Ach, hier unten ist ja Holz. Das müssen wir theoretisch auch noch fertig machen. Nicht, dass die sich da reinbuddeln. So. Oh. Oh. WB, Kevin. Na, alles klar? Ich bin schon ein bisschen weiter. Ich habe oben den Rand, wo ich noch keine Metalldinger habe, habe ich jetzt mit Holz verkleistert. Und ich bin jetzt unten und mache halt die unterste Etage der Wand. Und auch hier den Holzbereich. Und stelle dann die ersten Spitzen auf. Weil, morgen ist Tag 6, ne? Da ist nicht mehr lang bis zur Horde. Okay. Okay. So, dann könnte man nämlich hier schon mal... Eigentlich könnten wir das hier auch... ...die eine Seite hier wegschlagen. ...die da meine ich, wieder so lang ist. Könnte man theoretisch eigentlich auch wegschlagen. Ah, da haben wir schon 19 Uhr. Weißt du? Dann sind wir jetzt auf allen Seiten, ist das Gebäude gleich groß. Oh, ich sehe ein Zombie. Frames müsste ich dann auch nochmal reinholen. Wobei, mit den Frames müsste ich eigentlich auch das Loch da aushöhlen. Damit die da in der Hordennacht nicht drin hängen bleiben. Aber die Achse ist gut, das Trap, ne? Drei Pflege sind die Dinger weg. Ich treffe zwei. Okay. Das ist eine Fuhle, ich weiß nicht, ob das so gut ist. War ich das? Ja, ne? Guck mal. Ah, guck mal. Da kommt ja was. Ja, sag mal, wo kommt ihr denn jetzt her? Ich habe die ganze Zeit keinen Zombie gesehen und jetzt auf einmal kommen sie alle. Huch. Es hat geluckelt. Ihr Perle, komm her. Wow, da kommt die Horde. Ach, die liegt noch. Mädels, da ist die Horde. Wow. Okay. Alter. Wir haben noch zwei Stunden. So, Pfeile. 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 Rezepte. So, Mädels. Hör mal, die haben gesammelt den ganzen Tag. Seht ihr das? So, wir haben zwei Stunden. Juhu. Die haben gesammelt, extra für mich. Wer kommt? Ich muss mal aufpassen, hinter mir sind da wie andere irgendwo welche. Oh, so nicht. Tada. Ich muss auch treffen, Mensch. Ja, hinter mir sind auch noch welche. Das könnte zeitlich jetzt echt knapp werden. Egal, was machen wir nicht für guten Loot, ne? Außerdem können wir die nicht nach dem vor der Haustür lassen. Und wenn es gar nicht geht, nehme ich gleich die Knarre. Wow. Ah. Alter, wie... Wie oft willst du denn noch aufstehen, Mann? Und das sind jetzt nur drei von denen. Oh, wie viele Pfeile die alte braucht. Pfeile einsammeln und gleich weiter. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben nicht viel Zeit. Und die nächsten. Komm mal her, Mutti. Geht da mir noch was? Komm jetzt, fall in die Umbutti! Die ist all down? Die Anzugträger sind meistens schneller down, wie die Ladies hier. Oh, wir haben neun Uhr. Alter. Ich glaube nicht, dass wir die alle down kriegen werden. Ich denke, wir werden uns gleich im Haus verglichen müssen. Alter! Alter! Sterb endlich. Da hinten ist auch noch einer. Wow. Ey, was ne Horde! Oh, ich hasse es, dass die Spikes das immer noch machen. Ey, das kannst du knicken, wenn du die in eine schnelle Sitz stellen musst, ne? Tanja. Die scheiß Dinger, wack. Besonders die laufen da drum herum. Wenn du nur einen stellst. Oh ja, das ist super. Das hat sie gut gemacht. Nicht alle triggern. Ja, so kann das weitergehen. Dann schaffen wir das bis 10 Uhr. Ja, wir werden heute Nacht wohl nicht buddeln. Ich dachte, der Kopf ist offen. Halb, Tana. Halb. Du musst weg. Genau, lauf da rein. Ja, schön. Sterb. Oder auch nicht. Oh, komm, die brennen jetzt hier. Oh, bitte nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich brauche, um die brennenden Platz zu machen. Tana, du musst nach oben, ne? Ja. Ich mache die anderen von oben. Das hat, glaube ich, jetzt so keinen Sinn. Wo ist er? Komm her, du, mit deinem... Ja, lauf in den Spikes. Komm her. Debenso, der Kopf ist weg. Flautschen. Er ist da. Da rennen sie alle noch. Müssen wir noch morgen früh machen. Alter. Hör mal, das ist aber eine fette Horde für eine Person, oder? Also, für eine Person ist das schon heftig. Und ich habe auf Standard von 8 gestellt, ne? Jetzt muss ich mich erstmal wieder heilen. Das ist für eine Person ist das schon richtig heftig. Oder, was sagt ihr? Also, ich finde, das ist echt too much. Für eine Person. Wow. Jetzt stelle dir vor, Yvonne, du spielst mit vier Leuten diesem Mod. Tanja, stell dir vor, vier Leute. Ja. Wer macht am ersten Tag gleich die 1000 Pfeile? Scheiße, ey. Also, es war eine gute Entscheidung, mehr Loot einzustellen. Ich habe ein bisschen den Loot erhöht auf 125, glaube ich. Das war echt eine gute Idee. So. Jetzt muss ich noch was trinken. So, jetzt haben wir die halbe Horde noch vor der Haustür. Gut, dass wir nicht alle getriggert haben, wenn wir die jetzt hätten noch machen müssen. Ja. Ja. So, noch mehr trinken. Irgendeine Verletzung oder so? Habe ich irgendwas abgegrüßt? Nee, ne? Nee. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir haben ja Schutzanzugshose. Anhose, ne? Militär Beinarmschienen. Beinschienen, mein Gott. Aber auch. Blei brauche ich nicht. Können wir schon mal Fackeln machen, wa? Warte mal. Für Fackeln brauchten wir Stofffetzen, ne? Kann das sein? Fuck. Yo. Wie gut, dass wir so viele Stofffetzen haben. Nicht. Ja. Da bauen wir noch Stofffetzen. Federn. Wir brauchen mehr Pfeile beim Frühling. Ruhe da draußen. Ich glaube, wir müssen noch mal gucken, wegen Klamotten. Fehlern. 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 Äh. Auf jeden Fall müssen wir die Waffen alle noch mal reparieren. Für die Wandert. Hier, ne? Da ist die Remington. Äh, ne. Die Desert. Das ist die Remington. Ja, Stofffetzen. Sonst findet man immer so viele Klamotten, ne? Diesmal gar nicht. Irgendwie. So. Fackel. Fünf. Ja. Wie ist das mit Kerzen? Pflanzenfaser und Talg. Kannst du frei stehen? Wart so. War hier nicht irgendwo Talg? Ich kann ja jetzt schlecht den Erd anmachen. Nee. Aber ich glaube, wir haben noch fünf Kerzen. Die können wir innen an die Wände machen. Und die Fackeln machen wir dann vorne dran. Joa. Oder wir gehen noch ein bisschen Baumwolle prügeln. Aber wir brauchen... Wart war das? Nur ein Fett. Ja, dann lass uns doch ein bisschen Baumwolle prügeln wollen. Na. Ja, nee. Ich bin da mal weg. Wie, Tanja? Ja. So. Ich mach mir jetzt nochmal eine kleine Kiste. Und da packe ich mal alles rein, was ich für... Was ich für die... Horden nachbrauche. An Waffen und Munition. Machen wir erst mal alles raus hier. Nein, liegt das nur nicht. Armbrust haben wir nicht. Immer die Sachen... Munition. Armbrust haben wir nicht. Pfeile. Repairkits. Das ist ganz wichtig. Ach, guck mal. Das Stofffetzen. Nochmal vier Fackeln. Äh. Da ist noch eine Waffe. Da ist noch ein Sensor. Achso. Farben. Äh. Kette. Die gehört auch nicht rein. So. Waffe, 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 Waffe. Das haben wir schon mal. Das ist alles rollen. Ja, das ist das von der da. Von der Barretta. Starieren. Reicht genau. Oh, die Pakets reichen genau für einmal... Einmal alle. Was ich nicht verstehe. Wieso kann man bei Twitch und YouTube Namen nehmen, die absolut gegen die Nutzerbedingungen... Ich kann es dir nicht sagen. Wenn Twitch das so erlaubt, dann ist das so. Was soll ich jetzt darauf antworten? Na? Wenn ich da schaue. Warte, ich gucke mal, ob ich einen größeren Bogen herstellen kann. Bestimmt. Hä? Hä? Ne, warte mal. Skills. Waffen. Ja, gucke mal. Bowmaster. Player Level 60. Okay, dann muss ich noch ein bisschen was tun. Ich bin 34. Aber Werkzeug. So, jetzt kann ich aber... ...er Bogen machen, der... ...3 ist. Bei B&W geht es doch auch. Ja. Was soll ich darauf sagen? Herr... 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 Hast du eigentlich gesehen, dass du beim Chat, wenn du unten das Rädchen benutzt, dass da einiges Neues ist oder umgestellt ist? Haut ab draußen. So. So. 72 das sind eigentlich meine ganzen Fallspitzen, habe ich gar nicht so viel mitgebracht ich glaube, die brennenden Jungs sind direkt am Haus da verhalte ich mich mal gerade ein bisschen still weil nicht, dass die Jungs mir da draußen Löcher in die Wand schlagen also was wir definitiv brauchen ist auf jeden Fall das könnte sogar reichen das könnte sogar reichen für die Hornnacht bauen wir aus Holz noch ein paar Pillar für draußen 1, 2, 3, 4 Holz Zepte aus Holz, bitte Holzklotz Schöner die ja 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 das ist ja reichen Rahmen haben wir Nichts zu viel, wir haben ja draußen noch genug. So, mein Lieben. Hast du gesehen, aber du kennst dich. Ja, musst du einmal in Ruhe durchgucken. Können wir ja mal in Ruhe machen. Die Tage. So, ich bin mal ganz kurz für kleine Mädchen. Ich hoffe, die reißen mir die Hütte unterm Arsch nicht weg. Ich bin sofort wieder da. So, ich bin sofort wieder da. So, ich bin sofort wieder da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 mach mal Mimini kann man nicht hier über gebrochenes Bein hatte ich auch okay mach mal Mimini 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 hau rein fern los ach gebrochen weil ich gesagt habe dass ich bis zum großen event du weißt welches ich das erstmal alles so lasse und danach wird aussortiert danach soktiere ich dann aus wer bleiben will kann bleiben kann es bleiben und der Rest weil es ist mir jetzt zu anstrengend euch alle auszusortieren die jetzt nur überall na wie geht es euch angriff oh mein gott mitten in der nacht greifst du mich an ah hast du auch die war of the walker ich fiel zu den zweiten abend ach 7 days ich dachte du hast die war of the walker ja ich habe freitag schon angefangen und eigentlich wollte ich heute mit jemand zusammen zocken aber mein mod ist wohl auf dem sofa eingeschlafen also habe ich alleine weiter gemacht und ich habe gerade eine horde gekriegt da stand ich dann weg und habe erstmal überlegt ob ich überhaupt drauf gehe weil das war hast du auch so riesige tageshorden alter das sind drei horden in einer man hört auch im hintergrund noch die verbrannten ich habe nicht alle daumen gekriegt weil das war die horde kam gegen 8 halb 9 du hattest gerade 20 bis 30 spider ja ich habe verbrannte also die erste horde war football und cheerleader aber die die footballspieler rannten nicht die sind halt schnell gelaufen aber die sind nicht gerannt und jetzt die zweite die ich aktiv gesehen habe ist halt verbrannte also die brennenden zombies die mit dem anzug muttis also die schlanken muttis die früher essen gaben und die anderen zwei das waren fußnahme weberknechte na der junge mann hat die ganze woche langen dienst gehabt und hat wahrscheinlich nach dem essen sich einfach hingelegt und hat gedacht oh ich bin schon früh genug ich hätte ihn ja wecken lassen können aber ich habe ihn schlafen lassen so ich wollte mir einen mantel machen weil ich immer friere aber schwarz oh ja schwarz ist schöner fertig oh was ist das denn teddybär wie schwarz ist das was ist das ja die 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 Also ich hatte beim letzten Mal, wo ich War of the Walker gespielt habe, einen verstrahlten Zombie am ersten Tag im Haus. Ja, jetzt am Tag 4 kam sie abends. Ne, Tag 4 kam sie abends. Das sind diese toten Tage, hast du die auch, Verbührer? Veränderte was? Entschuldigung, Tag 5 abends, stimmt. Tag 3 und 4 kam gar nichts. Ich habe die Zombies quasi gesucht. Achso, ich bin komischerweise an derselben Stelle gespawnt, wie ich auch in der normalen Alpha, also Vanilla gespawnt bin. Und ich habe immer schwebende Häuser. Und das erste Gebäude, was wir uns angucken wollten, ist vor unserer Nase zusammengebrochen. Da waren aber Gott sei Dank Hunde drin und die sind gleich begraben worden. Äh, FreeSoccer, Dankeschön für dein Follow, schön, dass du da bist. Oh, es ist du's da. Uhuhu. Du meinst die neuen Häuser, ne? Ähm. Ich weiß es jetzt gar nicht. Weißt du, wie lange das her ist, dass ich original War of the Walker gespielt habe? Also, er hat schon einiges geändert, aber auch nicht alles, ne? Aber was ich schön finde, ich habe einen Charakter voll tätowiert, einseitig. Aber ich bin so klein. Und jetzt, da. Und, die ist nackt. Hast du das gesehen, dass die nackt sind, die Frauen? Ja, ja, ich habe da direkt erstmal ein Oberteil gemacht. Unterhose trägt sie ja, aber obenrum ist die nackt. Aber die ist halt vom Gesicht bis hier, ist die, glaube ich, komplett tätowiert. Finde ich gut. Aber nackt ist nicht, äh, ja. Ja, äh, ist dezent, äh, Twitch gefährlich. So. Lass mal gucken, ob die noch draußen stimmt. Die rennen bestimmt noch draußen rum. Da, da ist der Rest der Horde. Weißt du, zwei Tage hat sich nicht ein Zombie sehen lassen. Auf einmal stehen hier 30. Ich bin hier in dem... Habe ich schon gegessen? Ja, ne? In dem kleinen Haus, wo da dieser Schrottplatz ist und da hinten der Händler. Weißt du hier, wo... Hallo? Map? Da ist ja hier das Schneegebiet. Da ist ja hier dieses komische Gebiet, wo hier die schwebenden Häuser sind, wo du spawnst. Gut schaut's aus, aber die frühen Vorschriften... Ja, Twitch ist da ein bisschen eigen, ne? Da ist mein... Hier, da war ich noch nicht drin. Da war ich noch nicht drin in dem Bunker. Ich habe auch nur jetzt das Haus angefangen zu sichern, weil wir haben jetzt schon Tag 6. Ich habe aber auch nur an einer Seite bis jetzt Spikes. Und die hier habe ich ja beim Händler machen lassen. Ah, das gibt Kopfschmerzen, was? Ey! Besonders ich habe, weil ich nicht wusste, was kommt zum Hörer, habe ich ja auf... Erstmal auf Laich gestellt. Alter! Das erste Schwein, was ich gefunden habe, hat 8 Pfeile gefressen, bevor es gestorben ist. Und das erste Zombie 2. Außer ich treffe richtig, dann sterben die sofort. So, machen wir mal den Rest der Horde weg, wa? Haben sich ja alles schön verteilt hier. Wow. Die habe ich heute Nacht schon gehört. Mehrmals. So. Keine Tasche. Ich habe im Hedgehop-Ding schon bis zwei Punkte drin, aber trotzdem knallen die nicht immer weg. Ach, Mutti, bleib doch einfach liegen. Du bist aggro, ne? So ein bisschen? Alter! Man sieht, die gehen alle in den Kopf, ne? Und trotzdem bleibt die Mutti immer schön stehen. So, ich mache mich dann auch mal weg. Ja, Rinsa, schlaf schön. Dankeschön, dass du da warst, ne? Und ärgert mir so ein Büro am nächsten Stream nicht so. Oh, ein Schuss, ein Treffer. Übrigens sind da Vögel und Hunde drin. Falls du hier mal vorbeikommst. Das ist nicht angenehm. Ach, Mutti. Sterb doch einfach, Mann. So muss er. Warte, ja? Ist auch mal ins Bett, muss morgen leider wieder arbeiten. Urlaub vorbei. Oje. Das ist aber schade. Das gehört sich so. Ja, dann. Frohes Ärgern oder so. Ne, schlaft schön. Dankeschön, dass ihr da wart. Hallo? Wer will zuerst? Du? Ah, ich kenne das ja auch von meinem Podcast. Ne, Stefan. Heute auch geklippt wie ein Weltmeister. Habt ihr das gesehen? Die Mutti hat dem Typen echt zur Seite geschubst. So, von wegen, lass die Frau mal ran. Oh, das war nix. Ach, Mutti. Ich hab nicht den Knüppel in der Tasche schon vorgegangen. Ja, Mann, ey. Stiert einfach. Wo ist denn der Rest von dem Haufen? Da waren noch so viele gestern Abend. Da ist einer. Da sind welche. Ist da jemand reingebrochen in mein Buddelloch? Nee, ne? Nee, ne? Nee. Nein, niemals. Ja, Dark Angel, dann schlaf gut. Ne? Krieg den Umzug gut rum. Dankeschön, dass du da warst. Haha. Komm her, du. Aber ich find die Bäume so ein bisschen komisch. So, du hör. Da, die da. Die aussehen wie vertrocknetes, weiß ich nicht, Streichholz. Ja, komm. Ja, komm. Alter. Wie viele willst du denn noch in deine Birne kriegen? Danke. Irgendwie legen die sich alle gleich hin, ne? Ja, komm. Wackel doch nicht so, Schatz. Dann geht's schneller. Was? Die verlorene Horde? Ach so. Hast du geklippt? Von vorhin? Ernsthaft. So, hab ich sie jetzt alle? Also, ich mein die Zombies. So, ich hab aber festgestellt, ich brauch noch Baumwälle. Ich muss noch ein paar Fackeln für die Horde noch machen. Und die Dinger müssen auch noch weg. Hey, ja. Hey, ja. Also, ein bisschen laggy ist es noch, ne? Hast du eigentlich schon mal versucht zu angeln? Er hat ja geschrieben, dass Angeln wohl noch verpackt ist. Also, ich hab's noch nicht probiert. Ohne, Tanja, hast du schon versucht zu angeln? Ohne, fängt das jetzt wieder an zu suppen? Ach, wo ist mein Tammak? Ah, ne. Nicht mal in Heimer kann. Was ist das andere? Man war erstmal da weiter, wo wir gestern... Bevor der Horde aufgehört haben, ne? Bevor die nächsten Freunde... Ach so, das sind die von gestern Abend. Haben wir uns kaputt gegangen hier? Nö. Ja, ich bin auch noch so ein bisschen am gucken, wie ich zurechtkomme hier. Weil, du hast halt neue Sachen, du hast halt alte Sachen. Dann sind die Verachsen ein bisschen geändert worden. Weil, wenn du Intellect-Skills, stellst du dich automatisch neue Sachen her und, und, und. Äh, bis du das alles gefunden hast. Und die Wahrscheinlichkeit, dass am Freitag schon jemand bei dir im Stream ist, der das alles weiß, weil die Motti ja selber gerade rausgekommen ist. Ja, ja, ich, ich auch erst. Und dann, Tanja hat auch gefragt, sag mal, wo ist denn das? So, das müssen wir gleich anders machen. Weil, das war alles. Oh, ja doch. Aber, das ist, wie gesagt. Und ich konnte mir auch keinen Beruf aussuchen, ne? Der hat mir von vornherein die Bilderglas gegeben. Ich glaube, das ist jetzt auch anders, ne? Kann es sein, dass du alle machst? Oder, dass Bilderglas die Standard ist, die erste? Irgendwie... Irgendwas rausklammlich ist. Ich muss auch gestehen, ich habe im Forum nur kurz einmal drüber geguckt. Also, ich habe jetzt nicht alles studiert, was da stand. Ich habe halt nur gesehen, äh, angeln geht nicht. Immer. Ich hätte mir gewünscht, dass der für Angeln vielleicht so ein, so ein Netz nimmt, wie in der Fennec-Mod. Weißt du, dass das einfach so ein Kästchen ins Wasser stellt und fertig. Das hätte ich gut gefunden. Brauchst du dich um nichts kümmern, aber du musst dir das Ding da reinstellen. So, einmal um 6 stellen. Wow. Variieren. Das hätte ich gut gefunden. Alles klar. So, wir haben Tag 6. Da bin ich ja echt mal gespannt. Ich hätte ja erst überlegt, ob ich vielleicht noch eine Reihe drum mache. Oder eine Reihe hoch mache. Aber dann, ah. Nee, wir machen das jetzt einfach zu unten. Und wenn der Händler gleich auf hat, dann lassen wir zum Händler spazieren und unsere Pfeilspitzen holen. Ich hoffe, die reißen mir nicht wie bei der letzten, oh Gott, ganz böse. Erinnerungen an die Alpha 16 War of the Walker. Nee, Tanja? Ho, 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 ho. Ganz böse Erinnerungen. Ich glaube, Tanja spielt gerade selber. Hallo? Ihr wart da? Nicht? Auch gut. So. Ihr habt es gleich geschafft. Einmal rum. Jawohl. Ach, echt mal gespannt dann. Wie die Horde sich dann gleich machen wird. Einen Tag müssen wir ja noch. Wir sind ja jetzt für Tag 6. Aber ist auch ganz gut. So können wir wenigstens noch ein bisschen was vorbereiten. Falschspitzen machen. War halt nur jetzt nicht in der Mine die Nacht, ne? Vielleicht noch ein paar Ressourcen steigen. Wer weiß, was morgen kommt, wenn die Tageshorden schon so groß sind, ne? Wer weiß, wie groß die normalen Horden sind. Halleluja. So. Müssen wir mal gucken. Wo ich dann am besten gleich wieder hochgehe. Am besten hier irgendwo, oder? Ja. Wollen wir dann gleich hier. So. Wir gehen mal hier ein bisschen Eis prügel, bevor die aufmachen. Als wenn ich die Füße nicht heben könnte. So schon. So steufert die hier durch die Map. So. Fackeln hängen wir auch erst morgen auf. Wir wollen ja die E-Map jetzt nicht noch hochtreiben auf die letzten Meter. Okay, die muss ich noch abbauen. Damit die mir den Nordenlach nicht kaputt machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ne. Aufpassen, dass ich hier nichts kaputt mache. Ich habe die Angewohnheit, die Frames von unten zuletzt, äh, von oben zuletzt wegzunehmen. Genau das war ich. Zack. Alter. Alter. Das kann aber nicht. Das ist, wenn man sich bei... Frito haben wir schon gelootet. Oder habe ich schon gelootet? Was? Was ist denn? Was? Wauwauwauwauwauwauwauw. d d d d d d so ach so da sind die Dinger noch dran gewesen ach da hast du welche gespawnt d jahren ich muss nur in die Löcher gleich noch zu machen hier damit die hier nicht in der Norden in den Norden so damit die hier nicht in der Nordennacht hängen bleiben so 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 versteckte Bäume Sonne ist schön war hier nicht irgendwo in der Eisenader letztens? oder waren die in den anderen Leuten? oh ich glaub die war auf der anderen Seite so jetzt kann ich auch mal wieder in den Chat gucken entschuldigt ich bin für diejenigen die neu hier sind und nämlich weniger kennen ich habe einen Hörfehler und höre wenn ich alleine spiele auch schon mal einfach nur um zu gucken äh aufzureden das ist nicht weil mir nichts einfällt sondern weil ich einfach höre hören muss das es macht ein Survival-Game etwas schwieriger ich spiel's trotzdem das ist mein persönlicher Hard-Mode jedes Mal so ne Stefan? ich um meine Ohren bei Overwatch ist das auch mal ganz schlimm ich höre dann die Gegner nicht obwohl die eigentlich ziemlich laut sind wo sind die Muffins? ja keine Ahnung ich habe keinen hast du keine mitgebracht? also ehrlich Bad wie kannst du nur? kriegst du die doch sonst immer mit? nein ich darf doch keinen Alkohol weißt du doch ganz schlechte Idee oh echt? Horde? Jo hahaha hör mal da kommt ein Fackelsturm auf mich zu guck mal alter guck dir den Fackelsturm an ich geh mal zum Händler rein ich schieß aus sicherer Entfernung alter habt ihr diesen Fackelsturm gesehen? da guckt's euch an das ist meine Horde das ist meine Horde bis die hier sind ne? hab ich noch meine hab ich schon neue Pfeilspitzen gequäftet also viel hab ich noch gar nicht gemacht ne? so echt hab ich so wenig Eisen hier drin gehabt oh das gibt's doch nicht echt echt so wenig? die laufen ja weg ne die laufen her aber die laufen lahmarschig die sind unterwegs hier die kommen aber die die verbrannten die ähm die sind halt sehr langsam Stefan guck dir das mal an nein du gehst morgen zur Prüfung Bett nix mit weglaufen oh schau dir das an bis die da sind ja genau guck mal da kommen noch mehr ne? guck mal da hinten so viele Pfeiler hab ich nicht mal da hinten ist doch gleich noch eine Tour gespawnt zum Beispiel warte mal ich bin da oben drauf Oh, jetzt fängt es aber an zu leggen. Das ist, äh, eine mächtige, große Horde hier. Ja, hallo, meine Glühwürmchen. Da hinten sind noch mehr Glühwürmchen, alter. Sind das zwei Horden auf einmal, oder was? Aber ich bin hier drin halt sicherer, als wie draußen. Weil die eigentlich hier nicht reinspringen. Also, da kommen wir dran. Burn, Baby, burn! Weil die Händlerbude brennt ja normalerweise, ist ja geschützt. Ja, ja, gibt XP, ich weiß, ich arbeite dran. Ich habe noch mehr. Junge! Alle tot? So, die erste Runde ist down. Da kommt die nächste. Oder auch nicht. Kommt ihr noch her? Lauft ihr schon, oder? Alter. Alter Schwede. So, brauch ich noch Leben oder so? Guck dir da dann. Das waren noch zwei Horden jetzt. Das kann mir da keiner erzählen, dass das eine Horde war. In zwei Etappen, oder was? Wollen wir uns mal locken? Habe ich meine Waffe dabei? Äh, nein. Juhu. Die sind, glaube ich, zu weit weg gespawnt. Aber das sind zwei Horden jetzt gewesen. Halleluja. Aber wisst ihr, was ich machen kann? Ich kann rausspringen. Ah, doch, die kommen. Langsam, aber... Oder ich springe... Weißt du was? Ich springe einfach raus. Trigger die alle und geh wieder rein. Aber ich springe lieber... An der Seite raus. So, werden die jetzt alle getriggert und dann gehe ich wieder rein. Ja, da drinnen ist einfach, äh, nicht so gefährlich, weißt du? Oh, jetzt kann sie nicht mehr rennen. Hallo. Guten Tag. Was sie wünschen? Ja, ich bin nur kurz auf Besuch hier. Ich hatte ja keine Ausdauer, die Frau. Gute Idee, vorher zu rennen, ja? Ja, ja. Ich weiß nicht. Weißt du, ich habe immer gute Ideen. So, wo seid ihr denn, meine Herzchen? Ja, hallo. Da kommen meine Leuchtkegel. Juhu. Na, ihr Glühwünschchen? Ey, der eine wird vorbeilaufen. Junge, is nicht. Oh, da ist ein Heckenpfeil. Schön. Und ich gehe wieder runter. Hallo. Alter, Schwede, ey. Händler, ich bin dankbar für deinen Lahn, der ist kaputt. Oh. Erstmal looten. Na, war nur eine Axt. Hey, das sind aber noch zwei. Die wollen nicht. Aber dieses neue Modell sieht gut aus, ne? Die sahen ja mal anders aus. Oh, da ist er da oben da. Jups. Hallo. Up in der Podex. Das ist noch doll. Eine Tasche mit einer Axt. Wow. Ja, besonders Tanja, ich habe ja die eine Runde gehabt. Und da ist ja gleich die nächste Runde gespawnt. Ich glaube, ich muss aber raus an meine Faule. Faule vor allen Dingen. Meine Pfeile kommen. Hier, meine ganzen Pfeile. Da komme ich nicht dran. Komm ich da dran? Kommt ihr zu mir? Ey, wenn ich drücke, kommen die näher. Das ist schön. Was, mit euch beiden halten? Ihr wollt nicht? Ja, dann bleibt da. Wenn ich will, der hat schon. Ne? Wer nicht will, der hat schon. Ist eindeutig zu wenig Eisen drin. Haben wir nochmal acht Gitter? Alter, Schwede. Habe ich hier gerade mit Feuer gesehen? Ach, vor der Tür. Alter, Schwede. Ja, das war mal eine Horde, würde ich meinen, oder? Und jetzt kann mir keiner sagen, dass das nicht viele waren. Das waren wirklich echt viele. Oder? Da? Ich muss, glaube ich, nochmal kurz. Ist hier irgendwo einer? Ne, ne? Gut. Mal ganz kurz ins Buch. War das? Blieben wir den und wir lernen? War das? Ne, das nicht. Wo war denn das? Wo war denn bitte nochmal der Perk, dass man mehr... Motherload, ne? Ja. Was? Strength 3. So, da können wir nämlich mehr farmen. Das war jetzt Tageshäute 3, 4 und 5 zusammen. Naja, 5 war ja abends noch. Es war ja auch 2. Ne, und das hier waren ja jetzt, keine Ahnung, 30 verbrannt oder so? Oh, da ist Eis. Also, es war definitiv eine Menge. Ich bin nicht gespürt, irgendwo. Ich bin nicht gespürt, irgendwo. Ach so, das macht so viel Lärm. Putz! Ich bin alles klar, Dirk. Danke dir, dass du da warst. Schlaf schön. Oder wünsch dir noch einen schönen Abend. Je nachdem, was du machst. Gleich mal gucken. Da vorne war noch eine Eisennader. Auf jeden Fall haben wir die Horde jetzt erstmal hinter uns. Ich denke mal, da wird heute Nacht wieder irgendwo was kommen. So, wo war die zweite? Hier war doch gerade noch eine. Da. Müssen wir nur gucken, wo jetzt die Verbrannten gerade waren. Oh, da ist ein Vogel. Aufpassen. Ach, da hinten ist der gebrannt. Da, mit der Baum. Mal ein bisschen aufpassen mit dem Geier hier. Wo immer er auch gerade ist. Tag 6 ist auch gleich halb rum. Wir werden jetzt gleich das Eisen nochmal in die Schmelze hauen. Und werden schauen, dass wir dann morgen nochmal Stangen rausdrücken. Und dann schauen wir uns morgen, schauen wir uns dann die Horde nach gleich noch an. Also die machen wir heute auf jeden Fall noch. Habe ich ja gesagt, die machen wir heute. Die erste Woche machen wir diese Woche fertig. Ich kann sagen, ich kann sagen, ich kann es doch knistern. Äh, warte. Was willst du zu mir? Wolltest du zu mir? Bestimmt. Du verbranntes etwas. Ja, das war's schon. Äh, what? Das sind ja schon... 1, 2, 3... Kommt ihr denn jetzt alle her? Habe ich nicht schon genug? Verbrannte heute gehabt? Meine Bedarf an Verbrannt ist gedeckt für heute. Irgendwie. Ja. Also ehrlich. Da kommen ja noch mehr. So, das kann ich ja nicht kaputt haben. Was? Wo? Ach, da bist du. Ja, hi. Oh. Tschüss. Tschüss. Hey, der andere ist doch da vorne. Oh, guck mal. 700 ist schon doch eine Hausnummer. Äh. Ja. Brauchen wir noch Leben? Ein bisschen, ne? So. Nehmen wir die Stangen jetzt noch mit? Und die... Und dann machen wir uns gleich mal rüber. Ja, ich stehe am... Ich habe mir da extra eine Jacke gemacht. Stefan. Hier, ich habe einen Mantel an. Warte. Da, einen schwarzen Mantel habe ich mir gemacht. Ich sehe total bescheuert aus mit der Klamotten. Ich dachte, es pinkt schon wieder die Mauer. Sie hat schon Hallos. So. Nehme ich die noch mit? Und dann machen wir drüben beim Haus weiter. Ich will das ja von innen auch noch auspolstern. Für den Fall der Fälle, dass irgendwas Explodierendes kommt, dass die da nicht so schnell durchkommen. So. Heute Nacht. Dann gehe ich nämlich nur mal in den Keller buddeln. Ist der jetzt doch wieder näher dran? Ja, geht. Aber der Vogel war auch noch irgendwo, ne? Ich habe auch noch irgendwo gesehen. Hier ist kalt. Na. Da. Ich habe gerade übrigens erst mal Fenster zugemacht. Es ist wirklich kalt heute. Wo? Du dummes Schwein. Komm wieder her. Komm, bleib mit dem Zaum hängen. Komm wieder her. Dann lobe ich mir das Wildschwein. Das läuft, wenn jetzt nicht weg. Ob die Zähne vergammelt aus. So, reicht das Holz? Komm, wir nehmen die Frames. Ich habe noch so viele von. Also das sollte reichen. Sollen wir noch ein paar Pfeilspitzen mitnehmen? Ja, ne? Können wir die schon mal fertig machen. So, wir haben das Rezepte. Stoffwitzen. Können wir die Fackel noch machen? Das ist für oben am Haus. Das ist für draußen. Das ist für draußen. Da ist noch ein Verstärken. Eieieieiei. Noch viel zu tun für die Hornnacht. Ich sag dir, Stefan, ne? Wenn wir das nächste Mal spielen, darf er schon alles bauen. Dafür, dass er eingeschlafen ist. Ja, Iwi lacht. Oder? Oh, der hat Apfelkuchen. Guck mal. Verdammt, ich habe die Münzen nicht mit. Ich denke mal, ich werde in der Hornnacht auch verbrannte. Endlich, weil wir hier das ganze verbrannte Gebiet haben hier vorne. Und Schnee. Ja, Schnee ist, glaube ich, nicht klar genug. Und gegen die zwei Hornkämpfen haben wir mit der Piste. Ah, ich muss mal überlegen, ob ich ihnen eine Zahnbürste dafür gebe, du. So. Das kann bis morgen durchkrattern. Wo? Die Tiere sind so intelligent. Die befreien sich alle. Ein Fleisch, Fütana. Doch, ich glaube, ich habe noch eins oder so. Ein oder zwei. So, alles, Tür zu. Ab nach Hause. Ich habe auch schon länger keine Wildschweine mehr gesehen. Wir haben am Anfang alles gesehen, ne? Alle Tiere, die wir da ausgenommen haben. Oh, da ist hier die... Habe ich schon mal gesehen. Die wandert doch immer hier. Ui! Junge Frau, sie haben aber gar... Oh, hier sind aber einige Zombies. Sie haben ja gar nichts an. Gut. Ja. Das war eine Stripperin. Na, komm, dann räumen wir ja erstmal hier frei. Ich meine, ich habe ja noch ein bisschen was zu essen zu Hause. So ist ja nicht. Ah, Hockey ist ja auch noch da. Außer man hat die Mootrate ja auch noch ein bisschen was... Der lebt ja noch. Huch, ich dachte, er ist tot. Und jetzt ist er tot. Da ziehe ich dem lebenden Zombie die Pfeile schon wieder raus. Oh, oh, Tana. Oh, oh, Tana. Leben am Limit oder was wird das hier heute? Ja, da sind auch noch welche. Mutti ist noch da. Die muss ich erst wegmachen. Das habe ich hier beim Bauen im Rücken. Und... Da krabbelt was? Ja, schön. Hast du das schon dabei? Ach, Dosefutter. Immer diese ungesunde Ernährung hier. Nichts. Ach, immer dieses Dosenfutter, weißt du? Jo. Da ist er. Da ist die Sau. Meine Knarre nicht dabei. Wo ist er? Ah, die hat mich wieder gehört, ne? Hast du mich gehört? Blödes Schweinchen! Oh, da ist ein Zombie. Da. Hast du ein Glück, du Schwein! Oder auch nicht. Ich gebe doch die Sau jetzt nicht auf für euch. Kommt her. Ich... Ich gebe doch die Sau für euch nicht auf. Das ist mein Essen. Wenn du noch so Probleme hast mit deiner Verdauung. Der ist down. Du Christ, mein Essen nicht! Montana hat wieder kein Knochen dabei, ne? Oder? Ich finde ein Messer oder ein Knochen. Scheiße. Da kommen mir die Axt. Aber das ist der Hammer! Egal. Hauptsache jetzt erst noch. So. Scheiße. Okay. Wow. Hallo, Wolfi. Okay. Nee, für den Wolf nehme ich mir aber das Messer aus dem Schrank. Hast du überhaupt noch eins? Ja. Egal. Stufe 1 ist egal. Wolfi! Oh! Noch ein Wolfi! Ja, hallo! Einmal. Krieg ich dich? Es ist mit dem Bogen gar nicht so einfach auf die Entfernung. Besonders wenn man immer den Dings verreist, wie ich. Okay, die Eise ist... Also die neue Maus, die ist nicht so... Die verhakt sich gerne, ne? Beim Spielen. Muss ich leider sagen. Das ist nicht so schön. Oh, hier sind überall Tiere. Weiß was. Wo ist meine Barrette? Oder mein Scharfschützengewehr geht auch. So. Wir gehen jetzt auf die Jagd. Ich hab Hunger. Und man sollte auch Munition mitnehmen. Oh, Tana. Also, den hab ich eigentlich getroffen. Der ist gut. Ah, das ist ein Überschlag gemacht. Und nochmal. Alter, war das denn die Wummel für ne Kraft? So, jetzt muss ich aber mal runter. Ich will das Fleisch. Na, bevor die Wölfe hier weg sind. Schnell. Essen! Sind die vielleicht noch mehr Wölfe? Eventuell ein Alpha oder so. So. Nee, du kriegst von mir einen Pfeil. Oh, hast du dir die Hose gemacht? Die ist so schwarz. Die waren gerade... Da hinten ist ein Schwein. Zwei Schweine hab ich gesehen. Das eine Schwein rennt hier hinten rum. Da. Genau, renn da rein. Nein. Ne, das kann ich nicht machen. Da sind Vögel und Hunde drin. Kannst du nicht wegrennen davon? Wo sind denn andere Dinge? Ah, komm. Ich will weder die Vögel noch die Hunde triggern da drin. Ich will eigentlich nur was zu essen machen. Komm, wir müssen weiter im Haus arbeiten. Ne, hier vorne rannt da nämlich gerade auch noch eins rum. Egal. Dann ließ es wohl so. 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 Ach, du hier. Wusste doch. Irgendwas kraucht doch hier rum. Die legen sich alle gleich hin, ne? Schon mal aufgefallen? Da ist ein Bunny. Wo ist es? Da. Nicht immer, aber immer öfter. Ja, sag ich doch. So, die brauche ich. Ja. Nein, nicht wieder unter meinen Hintern setzen. Ich glaube aber, wir werden das gleich nochmal anders setzen müssen. Damit ich hier... wenigstens ein paar Spikes hinpacken kann. Vielleicht machen wir uns gleich eine kleine Rampe. Ja, das sind die alten, ne? Das sind die alten Stacheln. Das ist egal, dass es Spitzacke ist. Einmal gucken. Ob keiner guckt. Das ist egal, dass es Spitzacke ist. Ich denke, die Rampe mache ich mir zur Straße hin. So. Hier schon wieder irgendwo wird atmen. Irgendwo wendet noch was. Tana, nicht in dich reinstellen, die Dinger. So. Warte mal. Eins, zwei, drei. also baue ich mich hier hoch dann kannst du hier rüber und dann nimmt sie die anderen beiden auch noch weg und passt so mal gucken so dann bauen wir mal die weiter was sagt die uhr? halb sieben ja geht noch ein bisschen so und das sind jetzt die die einen sind teurer wie die anderen kosten glaube ich bis doppelt ich glaube die roten sind doppelt so teuer wie die alten ne? so 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 immer da will es kuckeln boah immer die Angst dass man sich selber da reinwirft ne? so 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 okay ich würde sagen wie das auch nicht daneben fallen so wie das auch nicht daneben fallen so 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 zwei sind noch da unten ja so weit könnte er auch nicht springen so wobei wir könnten sie auch auf Spikes draufpacken dann könnte ich so wenigstens das ganz wegmachen ah wir werden das schon kriegen wir schon hin so und ja ich gehe jetzt schon ins Haus rein weil ich habe noch ein paar Sachen zu erledigen einmal wollte ich die anderen Stangen noch anbringen so so wo haben wir denn aufgehört? hier ähm da ne na ach ach der verbrannte findet langsam seinen Weg hier hin Junge du bist aber weit gelaufen Mensch der hat echt Sehnsucht wahr? 2 2 2 3 2 2 der hat ja echt Sehnsucht 3 3 also ein paar brauchen wir noch aber wie gesagt was nicht geht Und da machen wir dann den, 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 den. Lass uns mal gucken, geht das Chat überhaupt noch? Oder spackt der wieder? Nee, der scheint noch zu gehen. Ähm, was wollte ich sagen? Ah, genau, ich wollte ja jetzt noch runter ins Haus. Und parallel wollte ich dann hier Essen noch fertig machen. Wir haben zwar noch ein bisschen was, aber man kann, ne, bei Essen, ach guck mal, Wasser ist auch noch nicht fertig. Bei Essen sollte man nicht, äh, sparen. Hier, Würstchen. Begrüßchen. Zeig. Ach, wir haben gar keinen Platz dafür, weil wir hier so viel Wasser haben. Ich muss ihn gleich nochmal anwerfen. Ich denk grad. Irgendwas stimmt da doch nicht. Leute schauen halt gespannt zu. Ich bin gespannt zu, wie ich, äh, Eier mit Schink, äh, mit Würstchen mach, ja? Das ist hochkompliziert, ihr wisst es ja, ne? Eier und Speck ist es. Wobei, Eier und Speck ist es ja gar nicht. So. Wasser ist durch. Jetzt können wir einmal machen, die Eier und Würstchen gehen ja, dann machen wir mal das Grill. Ich mach mal ein paar Kartoffeln. Und wir machen zweimal den Grill. Immer wichtig genug zu essen im Haus zu haben, ne? Und da wir ja heute Nacht wieder in die Mine gehen, ist es auch wichtig, dass wir Essen mitnehmen. So, vielleicht sollten wir vorher mal den ganzen Müll aus der Tasche rein. Wenn ich in die erste Stütze. So, das Jagdgewehr. So, die Suppe kommt hier rein. Äh, da kommt das rein. Das brauch ich nicht. Das brauch ich jetzt nicht. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Das ist für Fackeln machen. Da. Machen wir nämlich noch ein paar Fackeln. Und der Rest kommt dann auch da rein. Äh. Also, Eisenpfeile für morgen. Auch ganz wichtig. Wollen wir mal nochmal. Steinpfeile. Auch ganz wichtig. So, das da rein. Das da rein. Oh, ich brauch ich noch. Das auch. Ich brauch ich nicht. Da muss ich mal gucken. Ah. Die kommen da rein. Holzfaule. Die Axt da rein. Das ist meine Axt. Essen. Das. Äh, nee. Ah, die Würste dauern so lang, ne? Ja. Die Würstchen dauern so lang. So. Das kommt hier rein. Die Fackeln kommen hier rein. Das muss ich ja alles morgen mitnehmen. Das gehört noch hier hin. So, jetzt gehen wir mal kurz nach unten. und machen mal von innen die Wände weiter, solange. Und machen mal von innen die Wände weiter, solange. Hier oben das Essen kocht. Ich muss mal gucken, dass wir vielleicht noch zwei, drei Reihen drumherum kriegen. Ich muss mal gucken, dass wir vielleicht noch zwei, drei Reihen drumherum kriegen. Ich find's lustig, dass ich, als diejenige, die oben wohnt, das Getrampeln von unter mir wahrnehme. Aber über mir ist das Dachbund, da wohnt keiner. So. Essen, trinken, Anti-Zombie-Spray vom selben Hersteller wie das Anti-Priester-Spray. Meinst du, Adi hat Anti-Zombie-Spray? Ich denke nicht. Ich glaube, wir müssen gleich noch ein bisschen Leben mit Steinfahrt-Dingsen, sonst wird das ja nix. Alter, dieser Hammer, ne? Kann ich bitte ne Nagelpistole haben? Boah, ich krieg nen Krampf im Finger. Seid ihr auch schon so gespannt auf die Horde? Ich will Donnerstag wieder haben. Warum? Na klar, du weißt, ich muss ja auf mich zukommen, ja. Ich will Donnerstag wieder. Ja, nächsten Donnerstag ist aber Raid, ne? Okay. Achso, du willst neue Ausrüstung. Ja. Wir können ja mal gucken, wenn der nächste kommt, da ist ja dann eher Winterzeit, ob wir dann vielleicht auch zwei Tage wieder gehen. Müssen wir da mal gucken, wo ist denn? Ich glaube, da war nix drunter, ne? Warte. Warte. Muss die Leiter? Da. Ja, das können wir dann nächstes Mal machen. Oh, ich muss das Feuer ausmachen. Das ist keine gute Idee, wenn das nachts brennt. Ach, hier ist das, ne? Ja. So. Wir haben zwar erst halb, aber sicher ist sicher, wenn ich jetzt schon runtergehe. So. Hier ist ja auch alles ausgeleuchtet und der Block ist ja hier auch... Nee. So. Alles klar, wir haben die Wand fertig. Wir haben die Wand fertig. War das zwei? Ich glaube, dass da... So. Wo ist meine Schaufel? Nein, habe ich die Schaufel jetzt oben? Okay. Da brauchen wir uns ne neue. So. Hammer raus, Schaufel rein. Das wäre der erste Boss auf... Ja, das ist ja so geplant. Herr Honky. Der erste Boss... Habe ich die Tür oben eigentlich zugemacht? Weiß das jemand? Habe ich den Deckel zugemacht? Ja. Ja, habe ich zugemacht? Gut. Hätte ja sein können, ne? Hätte ja sein können. Ja, ich hoffe ja auch, dass er beim ersten dann ordentlich was droppt. Ne? Er muss halt dann auch nur liegen, ne, Fatih. Wobei, genug Schaden haben wir ja dabei. Das ist es ja nicht. Ne? Wir haben ja genug... Wumme dabei. Level ab. So. Mittwoch. Habt ihr heute normal oder mit Tatmode gemacht? Oh. Ich würde ja mittwochern auch gerne wieder rein, aber ich kann halt nicht so spät, weil ich ja mit Marek um... Das kann ich doch nicht wissen. Ich bin nur die Letzte, die man erfährt. Meister. Die dann einmal treibt. Ich bin nur die Letzte, die ich nicht mehr getankt, das ist doch viel schlimmer. Aber ich, ich lege auf keinen... Ich muss das auch nicht haben. Heilen ist undankbar genug. Und da brauche ich nicht so viel nachdenken. Die tanken zwar auch nicht. Wäre eigentlich genauso... entspannt wie heilen. Was, Heli-Klea? Du, wir wechseln im Laufe des Raids nicht mehr. Hört auf, immer so eine Scheiße zu machen. Es wird nicht gewechselt. Oh, Leute. Oh, Leute. Ja, da musst du dich klarer ausdrücken. Ja, wenn ihr lauft, da bin ich aber schon in Eso. Ich muss früher laufen. Ich kann nicht bis abends warten. Ich habe abends keine Zeit. Ich habe letzte Woche schon Marek vertröstet. Werdet ihr wahrscheinlich wieder ohne mich laufen müssen. Ah, nein. Aber wir reden jetzt nicht über WoW. Ich bin jetzt in Seven Days. Ah. So, warte mal. Ich glaube, da fehlt noch einer, ne? Jo. Einer fehlt noch. Ah. Ich habe zu weit nach hinten gebohrt. Da oben fehlt. Die Ecke muss noch. Ah, Sand. Nicht in meinen Bunker, in meiner Mine. Ja, was willst du nachts sonst machen? Kannst ja nachts machen. Oben macht jedes bisschen, was ich tue, extrem Lärm. Das brauche ich dir hier nicht erzählen. Nein, du kennst das Spiel, du. Nein, du kennst das Spiel, du. Nee, du kennst das Spiel. Jetzt muss ich mal gucken. Da haben wir eine Tür. 1, 2, 3, 1, der bleibt frei und da muss weg aber wenigstens geht es langsam mit der Ausdauer ja doch da muss noch einer rein ich glaube oben sind Zombies kommt da oben noch was? nee der passt noch nicht rein so gut in jede Richtung Eingang ich muss mal kurz gucken wo ist denn hier was da war Eisgebiet das ist jetzt weg vom verbrannten ne das hätte ich gesagt buddeln wir uns mal dahin wobei warte mal da haben wir den Lehm gebuddelt ne da haben wir die Erde gebuddelt kann das sein ja nee halt da geht es um Schnee da ging es zum Händler ne das ist der Schrottplatz des Samblers dann ist das der Friedhof und das hier ist der Bunker ne das müsste dann der Bunker sein dann haben wir da gebuddelt ja weg vom Bunker weil meine Befürchtung ist wenn ich nämlich Richtung Bunker ähm buddel dass ich mich da rein buddel weißt du Honky? oder Stefan? das wäre halt meine Sorge dass ich mich dann da rein buddel so Tag der Horde ah bin ich ja mal gespannt und danach machen wir dann noch Feierabend es dauert ja jetzt auch noch Zeit bis die Horde kommt wird ein langer Sondag heute wird es ein langer Sondag aber dafür habt ihr dann bis Mittwoch wieder Ruhe von mir mal ganz kurz hier was machen geht sofort weiter ja muss mal ganz kurz hier was so äh ich sehe hier wenn ich jetzt Juhu schreibe gibt es ein paar hinter die Ohren oder? wat wie Juhu weil ich die Klappe halte? eure Maß oh das war mein Lineal ich sag ja mein Schreibtisch ist einfach zu klein aber ich habe mir schon was Neues ausgesucht für demnächst irgendwann es wird auf jeden Fall größer wesentlich größer ich finde es immer schade dass ich den aus Hamburg nicht mehr hatte ich habe da noch richtig echt wie sagt man Echtholz Massivholz Platte so abgerundet vorne wo du noch dran gesessen hast der war schön ja ist leider im Wasserschaden zum Opfer gefallen ach weil ich gesagt habe bis Mittwoch habt ihr dann Ruhe von mir ja aha Stefan aha so so Moment ach Gott fällt mir die Hälfte erstmal wieder runter so geht mein Headset noch? ja dann wollen wir mal Habe ich eigentlich noch eine Fackel in der Tasche? die ich da reinhänge kann am Ende? ja 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 Stefan ja 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 Stefan oh ich habe den gar nicht auf, ne? ja so jetzt geht erstmal mal in Balken dezent nach oben die her hat ja ja hat also So, die brauche ich gleich für draußen, aber eine hänge ich mal hier an die Seite. Jawohl. Ich kenne die nicht auch irgendwie da. Wir hängen sie da an der Wand. Ich brauche ein bisschen was sieht. Aber du weißt ja, 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 ich weiß, von wem es kommt. Ich brauche ein bisschen was ist, aber du weißt ja, 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 ja. Oh, jetzt müssen wir gleich aufpassen. Wenn hier Sand ist, dann ist hier auch irgendein Material. Blei. Mal wieder Blei. So. So, zwei Stunden noch, dann haben wir wieder Tagesanbruch. So. Wie der Blei. Ich dachte, das wäre Sand oben. Ne, war doch Stein. Na, das ist Sand. Das auch? Ja. Blei. Na, ne, da haben wir noch eine ganze, eine Bleiader unterm Haus. Aber irgendwo war unterwegs, war glaube ich auch, ähm, Eisen. Aber es war ziemlich nah unter dem Haus. Das wollte ich da nicht aushöhlen. Ach, ne, Freunde. Da geht's hoffentlich wieder los. Ah, da ist noch mehr Sand hinter. Oder? Ne, bleib. Ach, nur Blei. So eine Schettine. Ach, die Tratader wäre immer nice. Das ist auf der Erde, ne. Ich glaube, wenn wir dann gleich nach oben kommen. Ach genau, ich wollte ja noch mal ein paar Leitern machen. Dann machen wir erst mal von innen das Haus zu. Ne? War das vier? Oder fünf? Ich weiß es nicht. Ich hab mal fünf gemacht. Oh, da ist Nitrat. Wenn man vom Teufel spricht, da ist es nicht. Hier, rechts. Das wird später mal wichtig. So. Hier links ist auch noch welches. Mal gucken, wie weit wir schon gekommen sind. Mal gucken, wie weit wir schon gekommen sind. Also Steine haben wir auf jede Menge. Ich denke mal, wenn wir weit genug gewesen sind. Boinkt euch. Du bist, by the way, Spam. Dankeschön. Für deinen Follow. Mal gucken. Mal ein bisschen weiter noch. Dass wir eine ganze Ecke weg sind vom Haus. Ja, wir sind fast zehn Stunden jetzt dran, ja. Aber auch nur, weil ich halt unbedingt wissen will, wie die Mod weitergeht. Und ich hab die letzten Male auch weniger geprüft. Ich mein, wir streamen auch nur drei Tage die Woche im Moment. Da kann man auch mal länger machen. Mal früh sind keine Termine. Außer die üblichen Sachen. Hier weiter ausräumen. Weiter umräumen. Telefonate und so. Oh, ist doch schon ein paar Meter. Weißt du was? Dann hauen wir mal hier so ein Stück rein. Und dann kann ich hier meine Fackel aufhören. Reparieren. Reparieren. Dienster. So, haben wir so. 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 ich überlege auch gerade ob ich die Stollen nicht später auch mal ein bisschen größer macht das ist jetzt nur am Anfang weißt du dass wir die jetzt am Anfang ein bisschen größer haben und dass wir die vielleicht dann auch ein bisschen ausbauen ich habe auch überlegt dass ich vielleicht den Singleplayer auch weiterspielen werde einmal die Woche so dann gehen wir wieder hoch hier ne hier haben wir Blei und Nitrat alles in der Höhle warten wir eben noch kurz so dann nehme ich die gleich und dann brauche ich die gleich Spitzhacke habe ich noch weil wir müssen ja alles abbauen was oben drin ist und dann müssen wir ja draußen vielleicht noch eine Reihe machen Pflasterstein mal 500 so auf nach oben wenn sie denn wieder hochkommt sie bleibt immer an der gleichen Stelle hängen so genau habe ich nämlich gesagt dann machen wir den einmal weg und stopfen wir nämlich jetzt das Haus aus stirb ja wer weiß was da los ist ja die hört mich ja die hört mich ich glaube wir gehen erstmal nach oben und schauen da was los ist bevor wir hier drinnen weitermachen wenn schon die Nervensägen wieder vor der Tür sind ne was los hier wieso überlebst du die die Dinger hier hä ja sonst war hier nix waren nur die beiden die anscheinend hier drin gestorben sind so dann können wir ja erstmal wieder rein drinnen weitermachen weiter essen ach da Eier und Würstchen trinken so dann machen wir mal alles fertig für die Hortennacht wow of the walker hier machen wir mal alles kaputt hier alles dicht das Fenster habe ich ja alle schon ziehen mal kurz ich hatte ja die Toilette schon rausgeholt hier so jetzt muss man gleich mal gucken ah drei brauche ich nur siehste sie brauchen drei okay vier mal gucken wieviel davon am ende noch so das machen wir gleich von oben müssen ja über die Mine gleich reinkrabbeln das machen wir mal gucken ab 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 So da ist der Block. Entweder betreibe ich, je nachdem wie die Hörnennacht wird, entweder ist es zu viel Aufwand, oder, ja, es rettet uns vielleicht den Hintern. Man weiß es halt nicht, ne? So, nein, da nicht. Jetzt haben wir das komplett zugemauert. Holzklappe. Und war ne alte Eisenklappe drauf. Oh, ob das die richtige... Kommt man da... Warte mal. Ja doch, es geht. So, wir haben das. Die hier brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. So, die brauche ich auch nicht, die auch nicht, das, das. Das nicht, das nicht. Das nehmen wir nochmal mit rüber. Den ziehen wir nachher nochmal an. Das können wir alles mit rüber nehmen. Schaufel... Die Fackeln kommen erst mal hier rein. Das können wir gleich... Wobei, wir haben erst 6 Uhr, ne? So, mal essen. Mit der 3 hier. Wobei, so ein bisschen essen, sollte ich vielleicht ne Tasche lassen für draußen. Lass... Das kommt ja nicht rein. Die hier. Die Axt dahin. So. Und wir müssen noch Stacheln herstellen. Das wird, glaube ich, zu wenig sein für die Orden. Oder Stefan, was sagst du? Das sind die hier für 10, ne? Ja, komm. Was? 200. 200. 200. Wann macht der Händler nochmal auf? Neun, ne? Achso. Wo habe ich sie? Jetzt habe ich sie vergessen mitzunehmen. Die hier wollte ich haben. Für die Fackeln. Später. 6.30 Uhr und um 8 Uhr. Okay. Ja, 6.30 Uhr hätte ich, glaube ich, gehört. Weil dann würde ich nämlich erst gleich zum Händler rüber gehen, würde ihm das Eisen nochmal reinstopfen und das Glas und würde dann ähm, würde dann schauen, dass ich dann unten weitermache mit dem Stachel. Na, ich bin jetzt, glaube ich, bei der dritten Reihe. Ja. Dritte Reihe. 200 mache ich gerade. Das ist halt doof, hier wird man rauskommen, wenn man das Ding abbaut, ne? Ähm, müsste halt drüber springen müssen. Drei, vier, vier. Das Eisen. Ich weiß ja auch nicht, wo die nachher auftauchen werden, hier. da. Das ist halt . Ja. Ja. Da. Ja. 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 das war schon ja beim nächsten mit den fans wo ist denn mein hammer wo Kerzen kommen oben bei mir hin. Drei, vier, fünf. Ich will erst mal das Essen hier. Aber ich werde mich jetzt auf die Couch schauen und nur noch zuschauen, bis die Horde das Haus leer gewalzt hat oder die Horde verlichtet. Alles klar. Danke, Stefan, fürs Aufpassen. Schlaf schön, wenn wir uns nicht mehr lesen. Bis morgen. So. Natürlich. Aber erst muss ich hier die Horde noch ein bisschen lang machen. Erst muss die Horde noch ein bisschen dran glauben. Ich hatte ja erst so viel Holz, ne? Wie viel Steinpfeiler haben wir denn noch? Und auch ins Bett gehen und nicht wieder bis um 3.45 Uhr spielen. Nein. Würde ich nie tun. Niemals. Jetzt mich doch. So. So. Darauf träge ich einen Schluck Wasser. Mh. 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 Lecker. Dann. Das geht halt. Mein Gott. Ne? Das geht dann halt. Fürs nächste Mal. Für Bauen drauf. Weil die nächste Horde kommt auch. Zwar nicht heute, aber beim nächsten Mal. Oder übernächsten Mal. Ich denke bei 90 Minuten pro Tag eher beim übernächsten Mal. Aber heute machen wir die noch. Ich denke mal darauf werden wir dann immer ein bisschen kürzer machen. Das war halt nicht hier so viele Tage am Stück. Das sind doch schon ein paar Stunden. Oder wir müssen früher anfangen. Mit Second Days. Na, aber eigentlich ist das ja auch eher ein Spiel für abends. So nicht das überhaupt. Auch wenn manche Leute das zum Frühstück gespielen. So. Jetzt haben wir noch zweimal Saft. Oder Tee eher gesagt. Ich habe einen Kollegen gehabt, der spielt auf der Konsole. Und der trinkt nur den roten, äh den gelben. Jetzt haben wir bald alle Zahlen durch. Der trinkt nur den gelben Tee. Aber, der hat dann festgestellt, wo er bei mir am PC da mal zocken durfte. Das ist ja eine ganz andere Nummer, Konsole und PC. Ich so, ach. Ja. Der hat dann auch mal gesagt. Ich brauche viel weniger Material. Das ist schön für dich. Ich habe gesagt. Wie ihr nicht? Wir müssen welche fahren. So. Futter ist durch. Einmal das durchgebacken. Wasser haben wir noch eine Leiste. Fleisch kommt hier noch ein Stück rein. Das kommt hier rein. Die Kartoffeln kommt hier rein. Der Tee. Der Plastik kommt erstmal hier. Lernwäger. Komm. Da nicht rein, weil kein Platz. Dann kommt die hier rein. So. Das haben wir noch hier. Na? Schreier liegen hier? Aber ich glaube, das hätte ich gemerkt. Die wären die Spikes gehandelt. Das hätten wir glaube ich gehört, wenn die da wären. Ja. So. Dann machen wir uns mal auf zum Händler. Das Schöne ist, wenn die in der Horden nachgehen, die das Ding, ähm, womit wir uns hochgebaut haben, wenn die da unten gegenschlagen, dann bricht das ganze Ding zusammen. Da kommt keiner hoch. Ah, da ist ein Dickerchen rechts. Da kommt auch einer von vorne. Ich habe halt keine Zeit vor euch. Ich muss mich vorbereiten. Mann. Immer diese ungeladenen Gäste am Morgen. Mist. Ist das schon offen? Ist das schon offen? Ja. Ich hoffe, sonst portet der mich wieder raus. Guten Tag, Meister. die brennt immer noch. So, Eisenstangen. Wie viel kriegen wir? 34. Oh, das ist eine Menge. Damit können wir arbeiten. So, die brauchen 23 Minuten. So, dann kriegst du hier nochmal Eisen. Das teilen wir gleich mal auf beide auf. Weil wir brauchen noch ein paar Pfeile. Wir haben zwar... Ja, es wird ja wahrscheinlich noch eine Horde kommen. Und, wenn ihr so guckt, ne? Wir haben ja, ähm... Die Eisenpfeile sind ja für die Horden, ne? Das sind nur 250. Das ist nicht viel, oder 220. Ja, 307. 23 Minuten brauchen die. Was ist gerade Zombie gerade? Warte, doch! Oshiii! Hier, komm. Und tschüss. Ich hab dich von deinem Elend erlöst. So, ich glaub, wir gehen noch ein bisschen Holz hacken, weil ich hab so das Gefühl, dass 200 nicht unbedingt reichen werden. Wie dann gebraucht es eigentlich drin ist. Hm. Ja, noch brauche noch ein bisschen. Ungefähr so bleibt. Die Stangen. Ach, Moment. Müssen wir das ja doch so machen. Weil ich hab ja noch das, das hier. Die Gläser müssen noch raus. Schon wieder Zombie. Da bist du. Ja, komm. Ja, komm. Hier war doch irgendwo noch was. Warte, ich geh mal nach oben. Da krabbelt was. Ja, hallo. Du hier. Der ist auch weg. Da ist noch ein Dickerchen. Beschwürdig. Jawohl. Nee, der ist dahinter eingeschlagen. Ich verreiß den Bogen immer nach oben. So ist gut. Kiste hat er nicht feilen lassen. Das würden wir sehen. Das sind ja dann immer so dicke, gelbe Päckchen. So. Jawohl. Ich glaub, dann können wir nochmal raus. Bisschen Holz fahren. Oder kommt hier schon. Nö, ne? Nö. Ja. Sonst bin ich nicht. Ich spring wieder rüber. Keiner hier? Ey, da ist Müll. Wow. So, wir drücken gerade noch Gläser raus. Wir drücken... Das ist ein Gagaboy. Ach, hallo. Röntgen. Du noch hier. Bist du noch wahr? Die anderen auch noch, oder haben sie dich allerlei? Das ist ein Gagaboy. Kannst du, Yobi, ja mal sagen. Also, ich hab, äh... Bei A, nur Lecks, wenn ich in die Nähe des größten Bauwerkes komm. So. Minus Tirit. Nur, wenn ich in die Nähe komm von dem Ding. Ansonsten spielst du nicht irgendwie immer. Das ist ein Gagaboy. so dass aber ich habe noch noch kein ich denke mal dafür bin ich auch im falschen gebiet dafür muss ich glaube ich die wüste suchen es gibt ja auch die banditen da habe ich jetzt gott sei dank noch keine keine bekanntschaft mitgemacht jung komm mal her ich erlöse dich mal ich muss ja gleich wieder zum händen und wenn du so ohne aufsicht hier rumläufst das ist nicht gut guck mal tag 7 rot leider noch ein paar zombies passt ich will mal ein bisschen pfeile sparen so ich gehe mal da rein ach Gott du guckst du jetzt auch noch? jo er kommt auch noch ja komm der fängt der anzug rein ach sind noch 13 minuten ach ja je uh, wir haben eine Machete uh brauche ich brauche ich einmal rein das ist immer so ein Alarm machen müssen, ne? guck mal da sind ganz so viele Kartoffeln ich glaube ich dass du mein Geld gerne hast Geh! Oh, Geh! So... Nicht mal in Ruhe arbeiten kannst du hier, weißt du? So, ich glaube, die reichen. So, ich glaube, die reichen. Ja, das dauert ein bisschen, bis der alles rausgedrückt hat, ne? So, wir haben jetzt nochmal 2000 Holz. Rezepte, das wären an Stacheln. Oh, es gibt noch eine AirDrop. Oh Gott, da hinten ist der Steine abgefrochen. Da hat er ihn. Oh, komm, den holen wir uns. Den holen wir uns noch. Wenn da jetzt noch gutes Zeug für die Hordennacht drin ist, dann Halleluja. So, bis dahin sind wir auch alles durchgebraten. An der Stadt vorbei, das ist praktisch. Dafür lassen wir uns jetzt auch von nichts mehr aufhalten. Außer vielleicht vom Bär. Und ich denke mal, nächstes Mal werden wir dann, nachdem wir alles wieder gerichtet haben, was sie zerstört haben, wenn sie was Großes zerstören, werden wir gucken, dass wir... ...wenn wir gucken, dass wir hier in die Stadt gehen und mal die Apotheke leer räumen. Oh, ich dachte eigentlich, das wäre nicht in die Stadt. Oh, Schutti. Betet für keine Runde. Tana zieht schon mal die Knarre raus. Tana zieht schon mal die Knarre raus. Hä? Bin ich an dem Ding vorbeigelaufen? Oh, nö. Ist das Ding da reingefallen? Yo. Ja, den kann ich jetzt nicht mit Dings machen. Wenn ich jetzt mit der Knarre schieße, dann habe ich sie alle hier. Okay. Das war's für heute. Was ist das Ding? Komm her! Komm her! Wo ist das Ding? Ist das Ding in den Boden gebackt? Oder steht das oben drauf? Ach, der steht oben drauf! Jetzt müssen wir uns da noch hochbauen. Wow! Baby! Nice! Dafür hat sich der Besuch bei den Hunden gelohnt. Weil der nebenan im Haus war definitiv ein Hund. Ich hab ihn knurren gehört. Alter! Das war ein Loot! Das war schon die zweite geile Loot-Kiste, Honky! Wow! Also du hättest... Ich glaube, dir wird diese Mod echt gut gefallen. Horden von Zombies. Geile Loot-Kisten. Ich glaube, wir hätten hier... Wir hätten richtig Spaß in dieser Schmutz. Ich spiele die ja weiter. Ach guck mal, da ist noch eine Kiste. Aber da war jetzt Crap drin. Die letzten Male. Da bringe ich lieber das, was ich jetzt habe, nach Hause. Holt vorher noch die Sachen aus dem Händler raus. Wenix! Ja moin! Ein selten gesehenes Gesicht. Alles gut bei dir? Ah, Zielen ist schon eine Kunst, ne? Oh, da war ein Länger. Das ist immer, wenn sie weit aufbaut, was größeres. Dann leckt es. Natürlich. Ich weiß auch noch nicht, aus welcher Himmelsrichtung... So. Die Horde dann gleich erscheinen wird. Wenn noch eine vorher erscheinen wird. Wenn die nicht sogar schon erschienen ist. Nur ich bin weggelaufen. Ja, Legende. Schaut mal wieder rein. Klar und selbst. Ein bisschen voll, aber trotzdem... Ein bisschen voll. Hauptsache, dir geht es gut. Wer nix. Hauptsache, dir geht es gut. Hui! Ach, stimmt. Hier waren ja noch zwei Stripperinnen am rumlaufen, ne? Ladies! Aber weißt du was? Wir machen das von innen. Ich muss sowieso rein. So, Mädels. Kommt ran. Das ist schön. Das ist schön. Ah! Tanja, ich habe schon wieder so eine mega Lootbox. Hallo! Hallo! Ist das dumm? Schön. So, dann gehen wir mal gucken, wie es mit unserer Kiste aussieht. Ähm. Wann sind Sachen? Im Koma, ach du liebes bisschen. Was ist denn da jetzt, was passiert? Oh, da ziehen wir an. Den Brustpanzer ziehen wir noch drüber. Onion, Zübersamen, ja geil. Da haben wir noch Flintengeschosse. Knarre. Was haben wir hier? Gurke, wa? Kurkuma. Kaffee, Aloe. Vitamin D, C. Ja, läuft bei uns. Oh, das ist ja nicht mehr lang. Obwohl, der hat doch ein bisschen. So. Stangen sind fast durch. Motora. Ah, scheiße. Ja, was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Wer nix. Nix. Aber schön, dass es dir besser geht. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum die Händler noch die Dinger hier haben. Man kann die sowieso nicht mehr abbauen. Ah, aber du weißt ja, wie das ist, ne? Immer mit der Dummheit der anderen rechnen. Oberstes Gebot beim Autofahren. Immer mit der Dummheit der anderen rechnen. Hütchen. Oh, Vergiftung, nee. Honig. Oh, jetzt haben wir aber auch alles, Tanja. Honig, Antibiotika. Ah. So. Munition. Ja, also die Rondnacht kann gleich kommen. 400 Stacheln haben wir. Die kann ich zerlegen. Oh, Zwiebeln ist super. Ach, guck mal. Wir haben ja hier noch Sand. So, ich nehme die Sachen jetzt gleich noch mit. Wir haben 14 Uhr. Hat ohne zu schauen. Und er hatte 2,1 Promille noch gehabt. So hat mir das die Polizei gesagt. Ja, dann sei froh. Und dankbar. Dass du da gut rausgekommen bist. Obwohl, auch wenn der andere rübergezogen ist. Aber wie gesagt, Autofahren ist immer mitgucken. Ne. Man weiß halt nie. 270 ist halt schon eine Nummer. Ne, 270 ist schon eine Nummer. Also, wie gesagt, sei froh, dass du noch da bist. Unter uns. Jetzt ist es auch schon gehabt, da bin ich 180 mit dem Auto gefahren. Es war leer. Es war nachts. Ich war unterwegs zum Dienst. Nachtdienst. Und da hat auch eine Perle einfach mal auf die mittlere Spur gezogen. Und hat mich mit 180 auf 90 runtergebremst. Ich bin fast durch die Scheibe gegangen. Ja. So, ich glaube, Gläser können wir später machen. Ich glaube, wir sollten lieber die Dinger da durchballern, ne? Geschmiedetes Eisen können wir als nächstes machen. Hui. Immer noch keine Horde in Sicht, ne? Komm, schick die Horde. Dann habe ich die hier und dann brauche ich die nicht mit nach Hause nehmen. Dann habe ich die hier und brauche die nicht mit nach Hause nehmen. Hallo. Ein Zombie, zwei Zombie. Solange nicht wieder 50 Verbrannte kommen. Ne? Aber ich glaube, das kommt auch aufs Gebiet drauf an hier. Also die Spider habe ich auch öfters gesehen, wenn du Richtung Wüste gehst. Wenn du die Wüste in der Nähe hast. Da hast du es eher mit den Spidern. So, wie so ein Büro vorhin erzählt hat. Kino von mir hat auch einen Trauma. Ja, er ist ja LKW-Fahrer, wo er nachts unter einer Brücke gefahren ist. Ist genau zu dem Zeitpunkt... Ist einer runtergesprungen, dann lag er im Fahrerhaus. Ach, ja. Das ist natürlich... Ja. Unglücklich? Doppelt unglücklich? Keine Ahnung. Lass uns sprechen, Survivor. Ja, ich rede mit mir selber, weißt du? Wenn man immer drunter läuft, dann fängt er an zu reden. Ja, das ist mehr als Kacke. Soll ich noch irgendwie Eisenzeug zum Einschmelzen? Nö, nö, nö. Wunderbar. Sollte fast schon reichen, wa? Sollte fast schon reichen, wa? Hast du schon mal Darkness gezockt? Das neue Update? Ne, das neue Update noch nicht. Darkness Falls hab ich, glaub ich, mal reingeguckt, privat. Aber, äh... So richtig länger gespielt hab ich's noch nicht. Aber, äh... Ich hab jetzt War of the Walkers erstmal wieder herange... Ich hab die ganze Zeit ganz wenig gespielt, weil die 17 irgendwie... Ja, ne? Die 17 halt ist. Die lauen Zombies schauen nice aus, aber vor der Spinne hab ich Respekt. Die blauen. Achso. Die lauen. Der hätt ja auch lau sein können, ne? Man weiß es ja auch nicht. So, die Spitzen nehm ich noch mit und dann verabschieden wir uns vom Händler für die Zeit vor der Horde. Eigentlich wär's mir ganz recht, wenn die Tageshorde jetzt noch kommen würde. Hier drin kann man die immer so gut besiegen. Ja, Spinne, die war's mit Panzerfaust. Ballard, davor muss man Respekt haben. Ne Spinne mit Panzerfaust. Hört sich fast schon an wie die Fantasy-Mod. Die Fantasy-Mod war auch interessant. Die hab ich letztes Mal gespielt. Eigentlich wollten wir zusammenspielen, aber ohne Server ging dann nicht. Und, äh, ja. Juhu! Habe ich nen Vogel gehört? Stier! Jetzt wackelt der nach hin und her. Müsste eigentlich gehen. Clips müssten eigentlich erlaubt sein. Ansonsten kann Tanja das danach direkt nochmal machen. Weil Stefan ist auf dem Sofa. Ah, doch, geht. Die Panzerfaust-Spinne. Ja, warte, ich muss ja sowieso den Clip, äh, noch einen Moment warten. Dann guck ich mal kurz. Ja, ich sollte vielleicht nicht auf Pause gehen. Warte mal, da muss ich jetzt reingucken. Ich hab den Sound jetzt aber, ist das... Ah, von Switchamp. Ah. Die Spinne mit der Panzerfaust. Boah, da hat's aber Glück gehabt. Da hat's aber Glück gehabt. Ich glaub, da kannst du mit dem Bogen aber auch nicht viel ausrichten, oder? Hahaha. Alter. Und, äh, und ich hatte schon Schiss vor der normalen Spinne in, in, in... Da ist ein anderes Tür. Vertu ich mich jetzt da? Entschuldige. Beim Hardcore-Event sind so viele. Ich dachte, das wäre eine... Okay, ich bin jetzt zurück. Aber ich, ich kenne den Namen. Er war ja auch dabei. Ich kenne ja den Namen. Tut mir leid. Ich hab den Sound nicht angehabt. Wär mir das ja auch aufgefallen sein, ja. So. Kannst du jetzt mal fertig werden? Ich muss zu meiner Hütte. Ich mein, ich hätte ja auch nebenbei meine Sachen erledigen können, ne? Aber ich hab halt gedacht, na, wenn du hier stehst, kannst du die Horde gleich machen. Aber die wollte wohl irgendwie nicht kommen. Doch, ich glaube, sie kommt, oder? Seid ihr meine Horde? Sieht nicht aus wie eine Horde. Oh, es leckt gerade. Irgendwas arbeitet aber gerade. Irgendwas arbeitet aber gerade. Was seid denn hier da? Ich glaube, ganz normale Zombies. Tanja, irgendwas leckt hier rum. Irgendwo ist gerade was im Busch. Irgendwas leckt hier gerade. Unheimlich. Also, irgendwas ist hier gerade. Irgendwas ist gerade. Wow. Oder die hängen irgendwo fest. Das kann auch sein. Dass die irgendwo festhängen. Und das deshalb laggt. So, ich lasse das Ding mal laufen. Wow. Was ist denn das? Also, so könnte ich gleich nicht spielen. Oh. Warte mal. Ich habe so einen kleinen Verdacht. Nee, da ist nix. Hätte ja sein können. So Windows-Update oder so, ne? Ja, aber so kann ich gleich die Horn-Matte... Oh, um Gottes Willen. Ich bin fast falsch rum rausgesprungen. Was ist denn das? Da hängt bestimmt irgendwo was fest. Weiß warte, ich geh mal weg von hier. Ich geh mal Richtung... Heimat. Das klippt gerade, ne? Was ist das denn jetzt? Das war doch die ganze Zeit nicht. Oh, wir müssen die Fackeln noch aufhängen, ne? Ich muss doch erst einmal nach oben, glaube ich. Halb sechs. Selbst bei dir, Ruckelz? Wow. Das hätte jetzt aber auch in die Hose gehen können. Oh, was ist denn das? Oh, warte. Erstmal das ganze Zeug wegpacken. Aber es gibt kein Platz. Braucht ich nicht. Machete, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich alles jetzt nicht. Das müssen wir noch festmachen. Da, Schmerzmittel können wir mal lassen. Brauche ich nicht, brauche ich mich, brauche ich nicht. essen ach, da ist noch mehr Gammelfleisch komm, mach die Kiste auf wir haben keine Zeit für sowas ach so, Federn ohne Federn keine Pfeile ohne Federn keine Pfeile jetzt hab ich so viele Pfeilspitzen mit ich glaube, da ist ein Huhn reingelaufen so, für die Hordennacht nehm ich mal das große Rezepte Eisenpfeile hau rein reparieren ne, die brauche ich jetzt sowieso nicht erst den Bogen reparieren alles voll ich muss das nächste Mal unbedingt soktieren das kommt erst mal rein das Schiene ja die kommen da rein die muss ich gleich noch aufhängen oh ja, ich weiß mal nicht die ganze Waffen die ganze Munition zack, zack, zack zack die kann ich am Ende oben wieder aufhängen kommt denn ihr jetzt alle her euch kann ich jetzt gar nicht gebrauchen wow, oh ne wow, oh ne oh ne weiter machen können weiter machen können alter was ein geruckeln hat die ganze Zeit nicht geruckelt jetzt auf einmal, weißt du was ist das denn wow wow Alter, das ist laut ich seh schon kommen ich häng gleich in den Spikes das sind Hühnchen so, kann ich jetzt mal eben meine Spikes aufbauen Alter das ist mega unschön jetzt gerade ich weiß auch nicht warum jetzt hier alles anfängt zu lecken aber wenn du sagst du hast es auch, Tanja meine Vermutung ist dass die Horde irgendwo festhängt und irgendwo gegenrennt da das hält ja auch ganz schön Alter was ist das denn also wenn das jetzt jedes Mal beim Horde-Tag ist ne das ist uncool das ist richtig uncool vorne hat noch ein Zombie oder zwei ne einer hallo kannst du mal anständig gerade stellen komm, machen den mal eben oh, den hatte ich noch nicht der war noch nicht hier der war noch nicht hier also ich entweder ist es entweder ist es die Hornnacht oder das halt wirklich die Zombies irgendwo festhängen weil ich hatte ja auch zwei Tage war auch keine Horde und dann hatte ich zweimal keine Ahnung 30 das eine Mal sah schon fast aus wie 40 Zombies nicht in mich reinstellen, Tanja Boah du kannst das so kaum bauen ist das eine Katastrophe ich hab nur so viele Spikes und ich meine es ist ja auch noch früh ne aber du kannst kaum laufen weißt du was ich mach jetzt die Fackeln dran und gut und da geh ich hoch das ist ja eine Katastrophe hier wir werden es schon überleben hoffentlich wow oh wow 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 wir werden weißt wir Euer Ernst, jetzt kommen hier noch Zombies aus allen Ecken? Und noch ein Wolf. Jawohl. Warte mal, ich mach das mal. Warte, ich guck sofort. Aber ich wollte demnächst vielleicht mal gucken. Ja, geil. Soll sie da dran kacken und nicht... Und nicht der Etage da drüber. Ich will jetzt die Spitzhacke. Das krieg ich jetzt gar nicht mehr weggehackt, ne? Jetzt hängt da halt das Ding in die Luft. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Ahn Wolf. Der hat sich um Zombie gekümmert. Ich hoffe, ich kann mich gleich bewegen, Tanja. Alter. Deswegen ist mir das lieber, dass ich jetzt Metall noch schnell reinsetze. weil ich hätte jetzt Angst, dass ich hier am Holz in der Horden nach die Dinger wegnehme. Und dann hier runterknall. Das wäre ja auch nicht das erste Mal. Und dann hier runterknall. dann hier runterknall. Dann haben wir noch 10 Stück. Ja, reicht nicht ganz. Glaube ich. Okay. Loll. Also wenn das nicht gut geraten war, dann weiß ich... Nein! Ja, damit hat sich das gut geraten erledigt. Schrotze. Das sind Dreckflex. Oh Gott. Oh, ja. die arbeiten schon in spikes also kannst du nicht warten bis die hornnacht ist so lange hast du davon so freue mich mal eben alles raus was ich nicht mehr brauche meine spitzhacke haben wir noch so reparieren wenn ich runterfall ist vielleicht eine fackel gar nicht verkehrt essen trinken repariert repariert so bogen spitzhacke ach so die spitzhacke wollte ich ja jagdgewehr und hier ist die letzte die letzten zwei knarren munition schmerzmittel vielleicht brauche ich nicht die brauche ich jetzt auch nicht ja doch wobei ne ich brauche das andere wo ist der hammer für notfall weil wenn was kaputt geht wie die gitter oder so ist immer ganz gut seinen hammer zu haben um das zu reparieren denn mal so da haut schon der erste das ist die behauptet kann kommen ist doch wie ich mein wie die überhaupt da dran aber weißt du was wir haben ja jetzt noch ein moment dann locken wir uns doch mal hier rein und ich stopfe nur schnell eine wenn dann in 20 sekunden alles los geht ja bei mir waren wie gesagt zwei tage so gut wie quasi gar keine zombies und tagesfreude gar nicht und dann kam extrem viel da war bei mir halt nix waren zwar ein paar zombies da aber keine rohre in dem sinne ich denke mal die haben sich irgendwo festgefahren und dann frisst sich ja der speicher auch voll wenn die irgendwo hängen bleiben deswegen benutze ich ja auch kein stacheldraht mehr weil das ja auch mal so ein effekt hatte das hat mir ja auch schon mal ganz am anfang auf 7 days angefangen haben aber das ätzend konnte sich irgendwann keiner mehr bewegen weil die alle davor hängen so geht gleich los so so und raus mit dir ich hab meinen minenhelm gar nicht auf oder ich halte da weiter wow wow wie weit ich schon dritte sind also so 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 Die Weite fliegen, ne? Woah. Oh, so Zombie hat die, äh, Justin Timberlake liegt da. Oh, that doesn't look stark. Oh, that's the music. Die Musik. Justin Timberlake, achso. Hey, ne, sei doch... Oh, guck mal, Eisner-Bee ist auch hier. Kannst du dich mal ein Hülschen anziehen, Mann? Alter, die kommen von allen Seiten, ne? Ich bin von einer. Oh, Eisner-Bee ist so gut. Wow. Die braucht unbedingt meine Wasserfüge, Frau. Oh, alle, wo ist die Drecke? Ich muss sie nackt rumlaufen. Ja, ich glaube auch. Alter. Alter. Ah, die Eis-Kalanz dabei ist. Na, 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 na. Die Leute wollen Sie wieder? Oh, oh, oh. Oh Gott, dieses Ruckeln. Oh ja, Kapuzen. Das strahlt jetzt auch noch, ja. Guck mal, wie die auf die Lampen gehen. Guck mal, wie die auf die Lampen gehen. Oh, der erste Spyder. Naja, die wollen nicht gesehen werden. Ich weiß nicht, warum ich so viel Munition getrunken habe. Oh Gott, okay. Oh, Grenny ist Oda. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ein Rucksack liegt draußen Die kamen alle zum größten Teil aus dem Bunker da drüben Wo ist die Kettensäge, wenn man sie braucht? Ja, ich sag dir das Komm, wir bauen einfach mal ab in der Nacht Alter Aber das war schon viel für die Ersten Für die erste Horden war das schon eine Menge Ich möchte nicht wissen, wie da ein Hornetag Weil es sich nicht aussieht Auf jeden Fall haben die fast alle Lampen weggekloppt Ich weiß halt nur nicht, ob der Rucksack so lange liegen bleibt Ich glaube, der ist schon weg Ob da noch was kommt, weiß ich nicht Ich könnte auch noch die Tagesordnung nehmen Also wir hatten die Terzombies dabei Wir hatten Spider Und die Eistypen Eistypen waren dabei Joa Aber keine Verbrüchung für die Horde Aber keine Verbrüchung für die Horde Aber keine Verbrüchung für die Horde Ja, ist klar Doch, der Rucksack liegt noch Der Rucksack liegt noch Auch das Ruckeln hat aufgehört, Tanja Das Ruckeln hat auch aufgehört Ich meine, ich bin so oder so noch gespürt Aber ich würde halt gerne probieren, mal eben schnell an den Rucksack zu kommen Wisst ihr, wie ich meine? Hier ist ja niemand So, ich komme So, ich komme Narre Oh, warte War nicht viel drin War eine Pistole Waren hier nochmal ein paar Munis Habe ich für die, für die Igel eigentlich keine Muni mehr da? Die hatte ich mir extra aufgehoben Für den Fall Dass irgendwas Verstrahltes kommt Wisst ihr? Ja, es ist wirklich viel gelohnt Aber die sind auch trotzdem an die Wand gekommen, ne? Trotz der Spikes Spikes sind gar nicht so kaputt Aber die Wand ist trotzdem eingeschlagen Ja, das war's schon Ne? Die meisten sind aus der Richtung gekommen, glaub ich Ja, das war's schon Ja, dann war das so viel wie der Horden war Vorhin Aber dieses massive Leggen Da musst du wirklich gucken Wenn das jedes Mal ist Ähm Dass du Vor dem Hordentag schon alles fertig gebaut hast Wenn das am Tag so legt Da kannst du ja nicht mehr anständig bauen Na? Uh Bebelelanja Bist du glatt eingeschlafen auf dem Sofa? Macht doch nichts Macht gar nichts Ich hab grad die Horden nacht hinter mich gebracht Uh, es war schon ordentlich Ja, also Militär, Hunde Die Eis-Zombies waren da Die Eis-Zombies waren da Spider-Einer Also für die erste Nacht war's schon Ja Und ich warte jetzt noch bis Ende der Horden nacht Vielleicht kommt ja noch die Wanderhorde Die Tageshorde noch hinterher Weil ich möchte nicht unbedingt eine Horden nacht ausloggen Achso, du bist ja vom Wach gewonnen Es tut mir aber leid Ich muss nur dran denken morgen dann überall die Fackeln abzunehmen Damit wir hier Die Schrein-Uschi nicht rufen Mein Gott, wir haben schon ein Uhr Hört mal Oh Ich kitzte die Sekunde Die ganze Tage so warm und heute wieder so schattelnd. Ich glaube, da kommt nix mehr. Ich kann ja mal schon mal anfangen hier. Schiengewehr habe ich über 2. Das ist Schrotzen-Money, ne? Hier, Barretta. Vorbei, lass mal die Güte, lass mal da. Wir haben eine Pistole. Rommington, Jagdgewehr. Das Jagdgewehr können wir auch mal einpacken. Vielleicht nur nicht die ganze Munition dazu. Das kann raus. Eisen. Wobei... Stahl rein. Ah, und wir die wieder fehler. Lass uns mal ein bisschen was mampfen. Kann ja noch ein bisschen Wasser durchlaufen lassen. Das sind die leeren Gläser. Hab ich die wieder rein gestoppt. Da, wo Platz war, ne? Da hab ich eins. Hä? Ist doof, ja, wie viele leere Gläser. Da. Euer Ernst? Euer Ernst? Was? Okay. Haben wir April? Was? Okay, dass ich stehe schon am Feuer. Und ich hab sogar einen Mantel an. Ein Swarza Ledermott. Ja. Guck mal, Armschienen. Ach so, der Helm. Deckwühlt. Klamotten. Wir haben nur noch Leder. Komm, wir machen jetzt mal ein paar. Können wir wenigstens nach draußen gehen. Und uns das Spektakel angucken. So, ich hab noch einmal Zwieren. Da. Und normale Klamotten. Ach, Stofffetzen brauche ich dafür. Wer suchet, der wird finden. Thanos nicht vorhandene Ordnung. Oh, da fehlt sogar noch eins. Dann machen wir unsere Kapuze. Oh, da fehlt sogar noch eins. Dann machen wir unsere Kapuze. Alter. Und jetzt unterkühle ich schon wieder. Warte, ich trinke einen. Haben wir einen Kaffee? So, jetzt müssen wir eigentlich warm sein. Alter. Ja, sieht ja schon nett aus, ne? Der rote Himmel. Herrlich. Öfter mal was Neues. Jetzt schneidet hier auch noch. Ich mein, Schneegebiet hab ich ja in der Nähe, ne? Aber... Ich glaub, die Jacke, die ich anhabe, ist nur für... Der Regen, ich glaub, der hier ist für Winter, ne? Ja. Ja, ja. Der hier ist... Machen wir uns den auch nochmal, wenn der den wirklich öfters mal schneit. Ich... Ich pack's grad nicht. Wow. Ja, wow. Nein, mir ist kalt. Ich bleib drin. Bist du jetzt fertig, mein Puffermandel? Ja. Ja. So, jetzt müsste aber warm genug sein. Jetzt hab ich für jedes... Muss ich jetzt für jedes Wetter ne Jacke einpacken, ja? Ich hab leider meinen Minerhelm nicht mehr auf. Aber hat schon was, ne? So lange es nicht Blut vom Himmel regnet. Bleibt der liegen? Ne, ne? Sieht nicht so aus. Ah. Lustig, wie die Bäume das... Guck dir da mal die Bäume an. Wie sie die Schnee... Uh. Wie das unterbrechen. Seht ihr das? Ja, jetzt nicht mehr. Da. Oh, hat geluckelt. Gut. Nun gut. In vier Sekunden ist das Spektator vorbei. 3. 3. Da hätten es schon wieder eine Kiste. Seht ihr die? Da. Ne, da nicht, aber... Da ist wieder so eine Kiste, aber da ist meist nicht viel drinne. Ja, Tanja, dann weißt du, was auf dich zukommt in der Hornennacht, wa? Auf jeden Fall... Gut Munition sammeln, würde ich sagen. Obwohl das Ganze... Es kommt aber auch drauf an, wo du wohnst, ne? Also wenn du... Ich vermute ganz stark, dass Sonbura Richtung Wüste gezogen ist. Ähm... Da ist natürlich Spider angesagt. Spider-Horde. Jo. It's night. Jungs und Mädels. Ich würde aber sagen, wir machen vorher eine Feierabend, wa? Ist ja doch schon... Spät. Später geworden, wie ich dachte. So, Wasser kommt noch mit rein. Packen wir mal alles wieder in den Schrank. Wir müssen das nächste Mal echt sortieren. Ne, mein Regenkeken lässt sich mal hier drinne. Ach, jetzt habe ich da zwei von, ne? Okay, eins zerlegen. Die Mieze nervt schon neben dir, dass du pennen gehen sollst, ne? Naja. So... Alles klar. Meine Lieben. Weißt du, wie viele Punkte ich schon mittlerweile wieder habe? 70. 70 Stück, Tanja. Ne? Und ich denke ich mal gucken, dass ich... Ich habe hier Hammer und Forge. Ähm, dass ich halt gucke... Intellekt ist ja... So, dann kann ich nämlich das hier kaufen. So... First Aid... Oh, das ist auch wichtig. Stereoide, weil sie noch nicht, ob das so wichtig ist. Aber Werkzeug besser ist hier auf jeden Fall mal angebracht. Ja, das ist auf jeden Fall auch... Bögen. Was brauche ich denn dafür jetzt Neues? Level 60, okay. Ja, die Klassen habe ich ja so weit noch nicht fertig. Aber was denke ich mal auch ganz wichtig ist hier... Well Insulated habe ich auch hier... Huntsman... Wer hat mir geschmeckt. Ja. So sehr fort tut, Level 5. So, wo ist das? Huntsman. Und dann... Mehr Fleisch... From the shadows... Äh... Wo ist das hier? Packen... Äh... Kochen...